Ja, was ist denn hier los? Ist das einer von diesen Nutzerwünschenden EW-Aufnahmeleitungs? Ist das ein Gregor Gysi bei dir da hinten? Na, was denn sonst? Das ist ja großartig. Das ist die Stimme des Ostens. Na nee, das ist diesmal ein Padumcast, aber kein regulärer, also jetzt nicht der wöchentliche Padumcast, sondern ein Spezial. Und zwar ist die Last, die auf uns liegt, relativ hoch. Seltsamerweise, damit habe ich nicht gerechnet, kam der Podcast zum Ärztealbum Hell irgendwie gut an. Oder wie man es richtig ausspricht, Hell. Hell. Bei mindestens einer Person. So, also ich habe auch schon davon, also zu mir kamen auch schon Leute so, hey, mach dir neun und so. Puh, und jetzt habe ich mich so voll gut vorbereitet und denkst du, scheiße, ey, nicht, dass es jetzt irgendwie Rotze wird oder ich mittendrin den Gesprächsfaden verliere. Rotze Gonzales? Rotze Gonzales hat auch ein Lied gemacht. Ja. Und ich habe jetzt noch so eine, auch so ein Notiz-Editor halboffen, von dem ich so ein bisschen ablesen werde. Im Übrigen, meine erste Bemerkung zu dem Thema, wer weiß, vielleicht heißt es ja nicht Hell, sondern Hell und wir kriegen noch ein Heaven-Album. Das ist dann so ein Dreier-Album. Ja. Vielleicht. Vielleicht sind das dann die C-Seiten. Womit ein gewisser Ton gesetzt, ist aber erst mal ein saftiges Aloha auch hier für die Podcast-Hörer. Wir reden gerade über Discord, deswegen sind wir wieder so degeneriert. Wir machen einen absoluten Spezial-Podcast zum neuen Ärzte-Album. Wir sind nämlich die absolute Expertise, was das angeht. Wir haben bereits das letzte Album auseinandergenommen und wieder zusammengeflickt und das machen wir diesmal auch. Wir haben eine etwas unterschiedliche Meinung, so wie ich das hier im Vorgespräch erfahren konnte. Wir haben vorab sondiert. Wir haben es richtig hart rein sondiert und wir werden das Album ranken, beziehungsweise die einzelnen Songs und jeden einzelnen auf jeden Fall mal ein bisschen besprechen. Und das wird ein großer Spaß, denn wir kennen uns voll aus und das wird fundiert. Und wir werden das perfekte Hell oder das Album Dunk Hell zusammenstellen. Und ganz wichtig, wir wollen am Anfang, bevor wir loslegen, noch fünf Minuten über das Thema Naseputzen reden. Ja, das machen unsere Kollegen vom Brennpunkt-Internet nämlich ganz gerne. Die nicht so gut sind. Richtig, die sind richtig scheiße. Mal ein bisschen Störgeräusche machen. Störgeräusche. Wollen wir das Ding erstmal von vorne bis hinten durchgehen? So jedes, nee, okay. Ich würde erstmal das Gesamtwerk einmal in den Blick nehmen. Ich habe im Übrigen hier so ein kleines Bullshit-Bingo, also auch Begriffe, die du sagst. Und sollten die kommen, werde ich einmal ganz laut Bingo rufen. Wir haben im letzten Podcast das Album einmal so ein bisschen eingeordnet. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt machen wollen auf den Vorschlag, den du mir gerade unterbreitet hast, auf zukünftige Brennpunkt-Hörerwünsche. Aber wir haben uns ja gefragt, so verglichen mit auch oder Jesses Anders, wo liegt Hell? A. Hat sich deine Meinung geändert und B. Wollen wir das bei Dunkel auch machen? Meine Meinung hat sich wahrscheinlich zu Hell etwas verbessert noch, aber nicht grundlegend verändert. Und wir können das gerne bei Dunkel genauso machen. Also ich habe ja hier so ein, ich habe echt ein tatsächlich sehr großes, die Profis würden sagen Spreadsheet. Die ehrlichen Leute sagen es einfach nur eine sehr große Paint-Datei. Da sind ganz viele Alben drauf, weil irgendwie habe ich das mal einen Tag lang Spaß gemacht, da die Songs von 1 bis 10 zu bewerten, um zu gucken, was sind denn eigentlich so meine Lieblingsalben. Objektiv, ich mache hier gerade ganz große Gänsefüßchen. Und die Bewertung, die ich da bei Hell sehe, die kann ich nach wie vor teilen, würde vielleicht bei manchen Songs noch ein Stück nach oben gehen. Du hast ja so ein Eins-von-10er-System bei jedem Song, ne? Ein 10er-Song ist so eine Jahrzehnte-Hymne, wie Schrei nach Liebe. Der geht halt immer. Haben die Ärzte bei denen mehrere, also gibt es mehrere Songs, die so einen 10er haben? Ja, ja. Aber willst du jetzt nicht sagen? Ja, das ist nicht wie irgendwelche Filme, Leute, die da niemals eine 10 geben. Ich bin da schon relativ kulant. Also wie es geht zum Beispiel ist jetzt auch eine 10. Obwohl ich den jetzt nicht so hart immer höre und das jetzt nicht so ein Publikumsbanger ist, sag ich mal. Übrigens, eine Sache vorab haben wir noch gar nicht gesagt. Ich habe gelogen. Es ist keine 10, es ist eine 9 bei mir. Ein Sommer nur für mich ist da eine 10. Ah, guck mal. Ich wollte nur sagen, um mal das Thema wirklich wieder völlig rauszuballern. Wir essen wieder. Ich habe mir Apfelmus bzw. Apfelbananenmus genommen und du hast, glaube ich, einfach nur einen Apfel. Ich habe nur einen Apfel, aber ich bin auch fast fertig damit. Ich dachte, ich esse den strategisch, wenn du gerade redest, aber dann stellst du mir andauernd Fragen. Nö. Ich finde, den sollten wir beim Reden essen. Das ist kein Badumcast. Richtig. Wir sind nämlich die Vollprofis. Naja, auf jeden Fall. Wir haben das Album Dunkel vorliegen. Ich würde ganz kurz nochmal auf die Vorgeschichte eingehen. Wir sind ja in der Situation, also wir haben ja alle möglichen Hörer. Einige wissen ganz genau, was Fases ist, andere denken sich so, die was? Die, die, äh, was? Die Friedrich Merze habe ich ja noch nie gehört. Und die müssen wir so ein bisschen abholen. Du, du, oh, wie du nicht mal so ein bisschen lächelst. Ich lehne mich vom Mikrofon weg, wenn ich kaue. Ich mache nie wieder Witz. Doch, die Friedrich Merze, ich lache. Ich sehe hier gerade den Robin, ne? Wir haben uns hier gerade mit Cam. Und normalerweise denke ich, dass der wenigstens mal einen Mundwinkel hochzieht. Aber nein. Doch, doch, du hast da einen richtigen Riegel rausgehauen gerade. Ja, habe ich richtig den Zahn der Zeit gezogen. Ja. Kurz, dass das quasi, naja, taking out the trash ist. Also man könnte sagen, Hell wurde erschaffen. Und dann dachten die so, ja, okay, wir haben noch zwei, drei Songs über. Ja, hauen wir die noch auf Dunkel mit drauf. So ganz war es nicht. Aber im Endeffekt ist das ein kleines bisschen die Ausgangslage. Dann kam noch ein gewisses Corona dazwischen, sodass die alle Zeit hatten. Ja, du hast ja jetzt auch so ein paar Interviews gehört, ne? Also mir haben die Interviews auch dabei geholfen, Songs besser zu finden. Oder weniger schlecht. Äh, ja. Ja, das kann ich... Noch mal so einen kleinen Anfangsteaser. Ja. Das kann ich... Fällt mir jetzt ein konkretes Beispiel ein, wo das bei mir so ist, ja. Aber ich glaube, die Interviews sind in diesem Album ein bisschen karger. Ich habe nicht so viele gefunden. Ja, die sagen ja auch, es gibt noch eins von Rod ganz alleine. Und da sagt er ganz deutlich, dass die Albumverkaufszahlen auch ein Bruchteil von dem von früher sind. Ja, das hat mich auf die Idee gebracht, dass ich mir das vielleicht endlich mal kaufen sollte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber bei mir scheidet es halt nicht daran, dass ich ein geldgeiler Sparsack bin, sondern dass ich kein CD-Laufwerk habe. Hallo, Vinyl? Ich habe auch kein Vinyl-Laufwerk. Schade. Ganz, ganz scheiße. Mein Laptop ist da auch ein bisschen zu klein. Ich glaube, da passt keine Schallplatte rein. Der ist ja zu alt für, ne? Ja, vermutlich. Damals hat man seine Songs noch auf Diskette gespeichert. Ja. Gute Zeit, gute Zeit. Ja, also ich würde nicht sagen, dass es per se so wirklich so B-Seiten sind. Aber es hätte diesem Album, glaube ich, schon gut getan, wenn es einfach als Doppelalbum so wie Geräusch veröffentlicht worden wäre. Weil so war halt der Hype da von, oh Gott, noch ein neues Album. Und daran ist es vielleicht etwas zerschellt, was jetzt auch gar nicht allzu negativ jetzt hier am Anfang klingen soll. So ist es jetzt für mich auch nicht. Also, ich kann vorwegnehmen, wir haben das ja mehr oder weniger zusammen zum ersten Mal gehört. Und da war ich schon sehr ernüchtert. Natürlich haben wir das im Nebenraum gehört und es lief auf deinen Boxen nicht sonderlich laut. So, das ist natürlich ein völlig anderer Eindruck. Bist du jetzt ans Mikrofon gekommen, um eine Bewegung mit den Händen zu machen? Ja, okay. Praktisch. Na, weil du meine Boxen gedisst hast. Ne, die sind scheiße. Nein, ich meine ja gar nicht. Aber es ist jetzt nicht Kopfhörer. Ja. Kopfhörer in. Ja. Das war quasi der erste Hördurchlauf. Es ist aber nicht möglich gewesen, diese beiden Alben gleichzeitig rauszubringen, beziehungsweise die beiden CDs. Ja. Weil einige Songs quasi nicht fertig waren. Eins zum Beispiel, ich meine, das ist dunkel. Da hat ja Bela in einigen Interviews gesagt, nö, das hat er irgendwie erst kurz bevor Drehschluss oder Aufnahmeschluss war, nochmal schnell eingetrommelt, weil da irgendwie Rod eben nochmal eine Demo gemacht hat. Ja, hätte lieber Rod den Song mal fett gemacht. Ja. Das ist, was ich an den letzten, also, eigentlich ist Rod so eine Sache, das bedauere ich an den letzten drei Alben. An auch, weil es zu viel war und an den letzten beiden, weil es zu wenig ist. Du kannst ruhig ins Mikrofon reinbauen. Nee, ich bin, das ist mein letztes Stück jetzt. Aber ob sich, ähm, ob ich, ob es ein Album geben könnte mit mehr Rod, das wird sich ja dann spätestens später zeigen, wenn wir dann Dunkel-Hell machen. Was mir, und jetzt kommt eine Überleitung, an Dunkel besser gefällt als an Hell, ist, es gibt diesen, jetzt fällt der Vorhang runter, wenn sie live spielen, Song am Anfang. Das hat dieses E-B-B-B-M ja nicht. Ja, wobei ich mir fast vorstellen kann, dass sie das eher nehmen, weil, also, ich bin da auch bei dir, dass, äh, KFM definitiv der bessere Song ist, aber ich weiß nicht, da ist halt die Fallhöhe dann nicht so hoch zum nächsten Song. Wenn so ein komisches Gedudel da kommt, ohne dass die auf der Bühne stehen, dann fällt der Vorhang und dann kommt der eigentliche erste Song, das knallt dann halt vielleicht mehr. Ich glaube, dass sie eher den anderen zuerst spielen. Meinst du? Ich meine, why not both, ne? Ja. Aber ich glaube, das weiß gerade keiner so genau, was sie live machen werden, weil die haben jetzt zwei Alben, die sie irgendwie in den Set pressen müssen, das nicht deutlich länger als zweieinhalb Stunden werden darf. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend werden. Zwei Fragen, die ich mir, ähm, zum Song, im Übrigen, wir gehen jetzt schon auf den ersten Song ein für all die, die sich gar nicht auskennen, der heißt KFM. Der ist explicit, da wird nämlich Ficken gesagt. Zwei Fragen. Einmal, wie hoch sollen wir jetzt überhaupt springen? Und zum Zweiten, ist das Musik zum Karnickel ficken oder Musik zu fickenden Karnickeln? Also hört man die, wenn man Karnickel fickt? Ich glaube, tatsächlich weder noch Karnickel ficken halt sehr schnell. Ich glaube, es bezieht sich einfach nur darauf, dass das halt ganz einen schnellen Beat hat. Ah, angelehnt an die Fickgeschwindigkeit von Karnickeln. Ja. Got it, alles klar. Das ist halt schwierig bei den großen Lyrikern unserer Zeit. Da gibt's halt einfach so viele Interpretationsmöglichkeiten. Vielleicht liegen wir auch beide falsch. Wir sollen mindestens so hoch springen, wie es möglich ist, auf den Beat von 10 zu springen. den Beat von 10? Farin Urlaub Racing Team 10, kennst du? Ne. Ist ganz komisch. Dede, 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 dede. Ist ganz, ganz eigenartig. Findest du oder beziehungsweise, dieses Hoch ... Ich weiß nicht, ob ich da ein Einzelfall bin oder ob ich da jetzt irgendwas anstoße, was man dann später nicht mehr unhearen kann. Aber nervt dich das an der deutschen Sprache, wenn Worte in dem Song auf enden? Da singt er wirklich Ihr fragt wie hoch und doppelt sich da irgendwie dreimal und das klingt irgendwie voll unmelodisch. Ja, das hatte ich jetzt bei dem Song, glaube ich, nicht. Aber ich kenne dieses Phänomen. Aber das höre ich dann immer nur so war tagesformabhängig, nicht immer. Okay. Das habe ich tatsächlich bei Plan B auch ein bisschen beanstandet, habe es aber nicht explizit gesagt, dass man so Dinge sagt wie heute mache ich nur Sachen, die ich mag. Sollte man meines Erachtens, also entweder singt man auf den Vokal oder ja, man versucht es auch glatt ein bisschen weniger zu machen. Aber das hast ja du auch in deinem Jokers Song. Ist das jetzt dieses Gendern, von dem du fast sprichst, ja? Nochmal was? Verändern, weil sich das nicht gut anhört. Ja, ja, genau. Naja, gut, natürlich. Also da werden ganz, ganz viele angesprochen, wenn man das Da guckt man halt ganz kurz mal in die Abgründe der Störe ich dich? Der Schweiz rein. Ja, also, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber also das, das, da steht und fällt der Song für mich nicht. Nö, das nicht. Das ist auch Meckern auf allerhöchsten Niveau. Ja, ich finde das Intro zu lang und den tatsächlichen Song zu kurz. Auch wenn es nur ein Intro ist. Da hätte ich schon noch irgendwie eine Strophe noch mal rangeklatscht, gekonnt oder so. Ja. Geil. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, ich habe da direkt Zahlen daneben stehen, aber ich sage die mal nicht, weil das könnte das etwaige Ranking am Ende vorwegnehmen. Aber ich hätte das auf Hell tatsächlich sehr geil gefunden. Pardon, gleich werden wir professionell. Jetzt habe ich auch noch hier so einen Schluck auf. Hätte ich auf Hell als ersten Song tatsächlich geiler gefunden. Klar, die wollten wieder lustig sein. Guck mal hier. Ja, ne. Prank, wir machen jetzt hier so ein komisches Trap-Ding, wo keiner davon ausgeht, dass das Album jetzt ein Trap-Album ist, ganz ehrlich. Ja. Und nach dieser ganz langen Zeit wäre das tatsächlich der größere Knaller gewesen als erster Song auf dem Album. Das ist halt auch ja, zweiseilig. Also, die Ärzte, die sagen ja auch permanent, wenn irgendwas komisch ist, ja, und wir spielen damit ja in Erwartungen und wir dürfen das, weil wir sind die Ärzte und so. Und das war bei diesen EMJ sonst was. Ja. Das war halt der Punkt. Ja, aber folglich freue ich mich, dass es hier was anderes gibt. Und wie gesagt, das ist halt was Gutes, was man über das Album sagen kann. Implizierend, es gäbe nicht, sondern ich spiele mehr. Nun ist es nicht so. Aber, ich habe ja schon gesagt, mein erster, ich habe schon vorweggenommen, mein erster Eindruck zu dem Album war erst mal ein bisschen ernüchternd. Yes. Im Übrigen hat ja Farin irgendwo, du hast mir das, glaube ich, gezeigt, dazu gesagt, dass dieses Album dreimal laut gehört werden sollte, bevor man eine Kritik dazu abgibt. Ja. Das hast du gemacht, oder was? Das habe ich gemacht. Und es ist tatsächlich so. Also beim Zweitmal hören war es immer noch, also es fing ab dem dritten Mal an, könnte man sagen, Spaß zu machen. Und auch viele, man entdeckt gerade musikalisch sehr viele Sachen. Aber manchmal auch textlich. Gut, was wir jetzt vielleicht bei Dunkel oder so später gleich noch sehen werden, dass man als, also mit den Erwarten, die man an Ärzte hat, manchmal so ein bisschen vielleicht auch einen zweiten Boden in einem Fass sucht, den der Künstler da gar nicht gepflanzt hat. Einfach, damit man sagen kann, ja, das ist eigentlich doch die, dieser Song, der ist schon wohl überlegt. Ja, ja, ja. Und wenn du glauben willst, dann will er eigentlich das sagen. Ja, ja. Sehr, sehr leider ist das bei dem einen oder anderen Fehlschlag auf diesem Album nicht der Fall. Und das habe ich aber auch gemerkt. Was du da sagst, also ich gehe, glaube ich, echt, weil ich bin ja mittlerweile selber großer Lyriker, ja. Ich glaube wirklich, dass ich als allererstes am meisten auf den Text achte. Und wenn der dann belanglos ist, dann denke ich halt gleich, okay, ist irgendwie ein Kack-Song oder halt, was weiß ich, ein Durchschnittssong. Hast du eigentlich schon mal drauf geachtet, mit welchen vier Buchstaben das Wort belanglos beginnt? Witzig, ja. Und dann aber bei diesem Dreimal-Laut-Hören, das habe ich jetzt explizit nicht so gemacht, aber ich habe es beim Skaten gehört und das ging ganz gut nach vorne tatsächlich. Da achtet man dann halt eher auf die Musik und weniger auf den Text, weil man anderweitig beschäftigt ist. Und da ist mir dann aufgefallen, dass Songs, die ich trotzdem irgendwie belanglos finde, aber dann wiederum sehr geile Musik haben. Oder ich mich dann freue, wenn auf einmal dieses Intro von einem Song anfängt und ich so denke, Alter, das hört sich ja richtig geil an. Was war denn das nochmal? Und dann fällt mir ein, ah, okay, das war, hm, okay, das war das. Naja, gut. Genau. Vielleicht ist es doch die Erwartung, mit der man an die Ärzte rangeht, dass man diese Texte, diese tiefen Texte haben möchte. Ich meine, die gab es ja, die gab es ja bei Hell. So einen Clown aus dem Hospiz zum Beispiel hätte man ja niemals erwartet und das ist ja sowohl als auch und das ist ja ein Text zum Nachdenken. Ja. Und vielleicht ist man dann zu sehr mit dieser Erwartung reingegangen, ah, jetzt will ich wieder hier richtig Fässer mit 50 Böden haben. Und da waren dann Sachen dabei, wo vielleicht zuerst der Sound und die Prämisse da war und der Text dann einfach nur noch reingefüttert wurde. Und das Resultat sieht man dann. Aber ich erachte folgenden oder nun folgenden Song nicht als ein Beispiel dafür, nämlich Wissen. Ja, du hast im Vorfeld schon durchblicken lassen, dass der bei dir relativ hoch ist und auch ich habe bei dem öfteren Ohrwurm finde den gut, geht gut nach vorne. Dennoch ist der bei mir in so einem, also ich finde den gut eigentlich, aber der ist in so einer Sparte von, also ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren da zurückdenke und ah ja, den gab es da, weißt du. Wenn ich den höre, dann finde ich den gut, aber jo. Okay, ja fair. Ich denke, ich denke, dafür müssen wir dir noch ein bisschen Zeit geben, um das final einordnen zu müssen. Und ganz viele Songs, die es so gibt, die leben ja eigentlich davon, dass man dir Jahre später und denkst so, Alter, das erweckt jetzt voll dieses und jenes Gefühl in mir. Ja. Wird sich natürlich zeigen, ob das bei dem so ist. Bis ich den gut leiden konnte, den Song, musste ich mich, also was gerade auf dem Album ein bisschen der Fall ist, davon loslösen, dass Love-Songs in jeglicher Art und Weise nicht mehr sonderlich viel sagen können. Bei dem Song ist das vielleicht noch ein kleines bisschen anders. Also, Ja. Love-Songs wirken für mich immer so ein bisschen, ja gut, jetzt hat man das schon in verschiedenster Ausführung gehört. Ja, wobei das halt auch, also Anastasia zum Beispiel ist halt auch ein Love-Song, aber der ist sehr, Hätte ich nicht gesagt. Ja, aber grob in dem Thema, sage ich, ganz grob. Und, oder auch anders, was weiß ich, Menopause-Frauen ist halt auch, würde ich halt auch sagen, ist ein Love-Song, aber ist halt überhaupt nicht sowas, weißt du? Also da ist schon Potenzial, also gut, jetzt spreche ich hier mir Dinge zu, aber es muss nicht alles dieses Trennung oder ich finde dich super sein. So. Ich würde, ich würde, wenn ich Love-Songs sage, auch eher das Platte daran meinen. Okay, ja gut. Der beschäftigt sich ja jetzt mit, ich meine, Farin hat das auch in irgendeinem Interview gesagt. Schlager-Love-Songs quasi, thematisch. Na ja, nun. Die gehen jetzt nicht so. Also, One-and-a-half-Love-Song von Rod, nee, nur a-half-Love-Song, wie auch immer, eins geteilt durch zwei Love-Songs. Ja. Das ist, geht in die Kategorie rein. Ja. Hat mich aber damals zum Beispiel, wie ich den gehört habe, na gut, da war ich auch noch Teenie, ähm, sehr gepackt. Der ist auch bis heute noch stark. Und in die Sparte schlägt das wahrscheinlich so ein bisschen rein. Hm. Okay. Weil der das halt nochmal von einem Licht betrachtet, den er vielleicht bisher noch nicht kannte. Ja. Und zwar, was Farin schon in dem Interview gesagt hat, um diese letzte Phase der Trennung. Ja. dass der Künstler merkt, okay, ich will mit der Sache jetzt nichts mehr zu tun haben. Ich will sie vielleicht nicht mehr zurückerobern. Und, sie meldet sich vielleicht trotzdem und er sagt so, komm, fuck it. Bei mir geht's jetzt weiter. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich will's halt auch nicht wissen. Mhm. Ähm. Wüsste ich jetzt nicht, ob's da was Vergleichbares gibt, außer vielleicht, nee, also nichts Vergleichbares. Bei dem Song merkt man, dass dem eine vielleicht etwas längere Trennungsphase zuvor liegt. Also, das ist jetzt keiner, der vorab es leicht hatte, diese Trennung zu verarbeiten, hab ich den, den Eindruck. Da muss ich mal, so was hast du nicht gehört. äh, halbwegs kontrovers oder kritisch reinkrätschen. Bitte. Also, ich, ich ziehe des Weiteren meinen Hut vor Farin U und finde den super. Aber manchmal wirkt das ein bisschen, als wäre er da in dieser Hinsicht ein kleiner Bullshitter, weil er ganz oft ja betont, dass er sich in Leute reinversetzt, zu der, zu denen er gar keinen Bezug hat. Mhm. Und bei vielen Songs kaufe ich ihm das nicht so ganz ab. Vielleicht macht das ja so gut. Kann, kann gut sein. Wie gesagt, also ich, ich ermasse mir das jetzt auch nicht, dass ich das genau weiß, aber es fühlt sich so an, als ist das halt sein, er gibt ja auch nichts von seinem Privatleben sonst preis, ne? Dass das so ein bisschen seine Art ist, ne, nicht ganz durchleuchten zu lassen, welcher Song jetzt wirklich persönlich ist. Und das, also, dass er das noch nie gefühlt hat, das kann ich mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen. Gut, vielleicht, ähm, kann er sich ja auch meditativ da reinfühlen oder sich das so glasklar vorstellen, dass er es nachempfinden kann. Klingt für mich unmöglich, aber wer weiß, ne? Pardon. Ja. Na geil. Also, durch dieses Lecken von Discord hat sich das gerade richtig widerlich angehört. Na, das war nicht. Wally ist gerade gestorben. Wally. Ja. Über den Text hinaus hab ich, oder hast du ja auch gesagt, und alles. Ja. Dieses Harmoniewunder, dieses siebeneinhalboktavige, 48-stimmige Harmoniewunder. Ja. Ich glaube, das ist auch genau das, was den Ohrwurm macht. Da muss ich aber reinkrätschen, auch hier. Das geht auf jeden Fall richtig gut rein und dieses ich will nicht wissen, wie es dir geht. Aber sonst hab ich nicht so viel präsent von diesem Song. Diese zwei Stellen. Weißt du, wie ich's mein? Ja. Vielleicht ist es bei dir anders. Ist ja auch okay. Warte, da muss ich mir gar... Der Albtraum ist vorüber. Ich hab es überlebt. Ja gut, die Strophe, die macht nicht so... Es hat auch mehrere Frans als Strophen, der Text. Oh. Also da sieht man schon, der lebt wahrscheinlich mehr von der Musik. Erinnert mich ein bisschen an Niemals von Farin Urlaub musikalisch. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht einmal reingrätschen willst. Ich grätsche heute ganz schön viel, aber nee, also ja, 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 jein. Also ja, es geht in die Richtung. Danke. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Ich bin echt ein bisschen hyped auf den nächsten Song, den zu besprechen, was da deine aktuellen Gedanken sind. Okay. Okay, ja, dunkel nämlich. Nach wie vor mein erster Gedanke, der steht, ist ein bisschen abgeschwächt, aber mein erster Gedanke war, okay, das ist ja echt so ein, so ein, wieder so ein richtig belangloser Text auf eine catchy Kindermelodie, wobei das jetzt erst mal wertungsfrei ist, das mit der Kindermelodie. Ich finde die Melodie nämlich sehr gut und ich mag den Song auch sehr. Ah, Mittlerweile hat es sich etwas abgeschwächt mit dem Text, weil ich zumindest so ein bisschen dieses, meine Eltern sehen schwarz und so, dass man ein bisschen mit diesem Schwarz spielt, ja, so halbwegs, äh, Redewendungen damit reinbringt, um es irgendwie ein bisschen anspruchsvoller zu machen als, ja, oder so, der Tag, die Nacht, oh lol. So tiefe und hoch stapelnde Reime wie, siehst du, wie die Sterne funkeln, sie leuchten nur im Dunkeln? Ja. Ja, also, ich weiß nicht. Ich verstehe, was du meinst, also er versucht es zumindest. Ne, ich sage ja auch weiterhin, dass es nicht so geil ist, ja, aber es ist auf jeden Fall weniger belanglos oder weniger schwach, als ich es beim ersten Mal hören so dachte. Und diese, diese catchy Kindermelodie, ja, nach wie vor wertungsfrei, das klingt sonst für manche zu negativ, finde ich eigentlich ganz angenehm. Und deswegen habe ich auch gesagt, fände ich echt gut, diesen Song von Rott fertig gemacht bekommen zu haben, hätten. Also, dass Rott den dann eingesungen hätte. Ja, oder nicht eingesungen, weil die Melodie, die dann über den Gitarren liegt, die ist ja dann auch von Bela, so ich es verstanden habe. Aber, keine Ahnung, also ich finde den Song gut. Ich will auch hier meine Zahl noch nicht sagen, aber ich kann auch so mal damit leben. Ich hätte es nur, glaube ich, von Rott noch besser gefunden. Ich sage dir eins, der ist bei mir nicht auf dem letzten Platz und meine Fresse, du kommst nicht drauf, was bei mir der letzte Platz ist. Was wir zu dunkel noch gar nicht gesagt haben. Ja. Es ist erster jemals Titeltrack. Ja, true. Und angeblich so ganz, so ganz unabsichtlich, aber das kaufe ich dem halt auch nicht ab. Okay, weil ich hatte den Eindruck, dass zumindest Rott, als er in dem Interview damit konfrontiert wurde, leicht überrascht war und das mal überlegt hat, ob das wirklich stimmt. Mhm. Ist aber so. Und nicht so klang, als ob er das direkt auf dem Schirm hatte. Und was es auch bei zukünftig noch kommenden Songs in diesem Podcast ein bisschen gibt, ist der Fakt, dass man gefühlt irgendwie eine Prämisse hat und die dann in Song gebaut wurde. Ja. Und die Länge des Songs fügt der Sache halt nicht viel hinzu. Ich meine, der Song lässt sich halt in drei Worten zusammenfassen. Ich mag es schwarz. Ja. True, aber ich glaube ... Und dann noch ein bisschen das mit dem Eltern, was ich auch noch nicht so ganz verstehe. Ich meine, der wollte das offenbar in jeder Strophe drinnen haben. Da wurde auch von einer Moderatorin im Interview gesagt, dass es am Ende einen Twist gäbe. den fühle ich irgendwie nicht. Vielleicht sind wir einfach nur zu dumm. Das kann halt nicht sein. Ja, irgendwie er sagt am Ende, ich werde traurig, wenn ich meine Eltern sehe oder so. Keine Ahnung, sind die tot und deswegen auch schwarz oder so? Ja, die waren bei seiner Geburt schon tot, die er da besingt. Wahrscheinlich. Vielleicht hat seine Mutter bei der Geburt auch geschrien, weil sie dabei gestorben ist. Keine Ahnung. Nee, also das lese ich da jetzt nicht so ganz raus. Aber also, keine Ahnung. Theoretisch ist ja fast jeder Song so, dass es eine Grundidee gibt. Aber dann kann man die ja trotzdem schon ausschmücken. Also. Manchmal tut es ein bisschen weh, wenn ich meine Eltern sehe. Ja. Warum tut es weh? Keine Ahnung, wirklich. Wahrscheinlich, weil es sich reimt. Ja. Wahrscheinlich, ne? Also, ein Twist höre ich da nicht raus. Außer halt, die Eltern sind auch in schwarz gekleidet. Vielleicht, vielleicht ist ja das lyrische Ich auch schon tot und guckt gerade aus dem Sarg raus und sieht die Eltern in schwarz. Das wäre dann für mich irgendwie ein Twist. Siehste, wir versuchen da irgendwie einen Twist einzuarbeiten. Einfach nur, weil der Text irgendwie so wenig hergibt, dass wir das nicht fassen können. Ja. Aber wie gesagt, normal ist das schon, dass es halt eine Prämisse gibt. Ich meine, irgendwie in den Sommer nur für mich scheint die Sonde auch für Nazis oder sowas. Habe ich ja als einen Zehn von Zehn bezeichnet. Da ist jetzt auch nicht super die Substanz, aber trotzdem geben die Strophen schon was her. Das hat ja auch rein textlich dieses Und während ich sie esse, sehe ich so eine Nazi Fresse und ich wünsche mir Erwürde. Und dieses Ding zum Beispiel, das gibt der ganzen Sache nochmal mehr Genialität, obwohl es jetzt nicht genau der Text ist. Ja. Das fehlt da halt. Es ist halt so nach Schema F, würde man sagen. Ja. Da würde ich direkt mal zum nächsten Song überleiten, außer du willst hier nochmal reingrätschen, denn da habe ich ein ähnliches Problem. Okay, gib Gas. Der gefällt mir textlich auf jeden Fall besser. Also ist die Kritik auf höherem Niveau. Aber je öfter ich den höre, desto mehr geht es mir auf den Sack, dass es nicht von Herrn Urlaub geschafft wurde, die ganze Zeit Gegensätze zu verwenden. Also ich bin mir sicher, dass man das hätte hinkriegen können. Und so wirkt es mir etwas zu wahllos. Ja, dass es zugunst des Reimes einen Sinn verloren hat. Genau. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Ich fand das nicht so schlimm. Muss ich, muss ich reingrätschen. Grätsch ruhig rein. Das ist ja völlig legitim. Aber das ist halt echt, je öfter man den Song hört, desto genauer hört man halt irgendwie auf den Text. Und dann, dann fällt mir das halt immer mehr auf. Tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, dass du den ziemlich, ziemlich geil findest. Okay. Es ist kein Rebell. Aber weißt du, für mich schwächt das halt die ganze Bedeutung von dem Song ab. Dagegen, dafür. Ja, ja. Ja. Nein, also das Ding ist, für mich ist die Aussage von dem Song, okay, wenn ich nur die Wahl habe zwischen Trump und Hillary, wenn ich nur die Wahl habe zwischen Scholz und Laschet, dann bin ich gegen alles. So. Aber wenn das nicht in dem Text so gegenübergestellt wird, sondern wenn ich nur die Wahl habe zwischen Pommes und Laschet, oder gut, Pommes ist jetzt ein bisschen zu positiv, wenn ich nur die Wahl habe zwischen Joggen gehen und Laschet, was ich beides nicht mag. Weißt du, das macht für mich den Song dann so ein bisschen kaputt. Ich finde die komplette Prämisse halt ein bisschen, also ich finde die gut und auch ein bisschen auf die aktuelle Zeit zugeschnitten, weil ich häufiger sehe, dass man ziemlich schnell in so, ich sag mal, binäre oder duale Extreme gerückt wird mit irgendeinem Statement. Gerade, wenn man so Sachen hat wie links oder rechts. Man kann ja sicherlich kritisch gegenüber Sachen sein und ist dann schnell mal ein Nazi, obwohl man halt sicherlich keiner ist oder vieles mehr. Da interpretiere ich das scheinbar auch komplett anders als du. So wirkt es auf mich. Da habe ich einen Bias, muss ich vielleicht dazu sagen. Ja, also dann wirkt es für mich eher wie ich sympathisiere eher mit dem lyrischen Ich und du denkst oder du fühlst es eher in Richtung das ist ja voll dumm gegen alles zu sein quasi. Oder das so. ich denke eher so ja, komm, fuck it, wenn ich nur das ganz linke oder das ganz rechte sein kann, dann fick dich halt. Also ist schon ein Punk-Song hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, ich öffne mir den hier tatsächlich auch nochmal gegen, weil ich habe jetzt auch Mach den mal halb auf. Ich mache den mal so halb auf nebenher, weil ich habe auch das Gefühl, dass der musikalische irgendwie ein bisschen ich weiß nicht, düster will ich fast gar nicht sagen, aber nicht catchy genug oder so. Ja, genau, ach genau, deswegen bin ich bei dem auch. Ich habe dir komplett zusammenhangslos geschrieben, seltsam ist mit Abstand der schlechteste Farid-Nurlaub-Song aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Der ist von einem Solo-Album und der ist halt so einseitig, da geht es die ganze Zeit nur Ja, das habe ich hier auch. Musikalisch wenig abwechslungsreich, der Song. Und das geht halt genau in eine ähnliche Richtung. Wenig Wiedererkennungswert, kann ich direkt hier die Notiz mal raus, mal halb raus gegenlöschen. Ja, aber auch den finde ich nicht schlecht, ja, nicht, dass das jetzt so rüberkommt, das ist ja alles, also es gibt, glaube ich, zwei Songs auf dem Album, von denen ich sagen würde, ich finde die schlecht und das heißt dann auch so eher so vier von zehn oder fünf von zehn. Wobei dem entgegen, was ich gerade gesagt habe, steht so ein bisschen dieser letzte Part von wegen freigegeben zur Adaption, wo er dann so ein bisschen ruhiger ist, was ich mir aber nicht vorstellen kann, wie man da langfristig zu diesem Song halt abgehen kann. Ich weiß auch nicht, ob das ein guter Live-Song ist, Farin hat selber gesagt, wird wohl schwer, sowas auswendig zu lernen, weil Texte sind ja so, dass man was singt und dann schon ziemlich genau weiß, was als nächstes kommt und der ist so, fuck, was von den drei Zeilen, die jetzt kommen könnten, ist es denn? Richtig, auch da hätte es halt geholfen, einfach Gegensätze zu haben, aber okay, das will er dann halt nicht daher. Wenn du meinst. Ansonsten, ich weiß noch, als wir die zusammen gehört haben, ich habe mich so gefreut, als dann alles sich zuspitzte auf dieses brennst du noch oder explodierst du schon, weil ich diese Line so geil fand und statt das einfach so stehen zu lassen, wiederholt er das dann irgendwie zwölfmal. So, oh, jetzt habe ich eine Line gefunden, jetzt dürfte die ganz, ganz oft hören, weil die so gut ist. Ach komm, ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was genau mich daran stört, aber das hat mich dann doch wieder gestört. Ja, also das hast du ja schon mindestens zweimal in meine Richtung gesagt und je öfter du es sagst, desto mehr fällt es mir auch auf. Zumal es ja, das wird ja ruhig gesagt und dann noch mal wütender quasi. Und wenn man das dann halt vergleicht mit irgendwie Killing in the Name von Rage Against the Machine, wo es ja auch irgendwie geht, fuck you, I won't do what you tell me, das hat halt irgendwie so viel mehr Kraft, und da stinkt das halt leider im Vergleich sehr gegen ab. Ich finde, den hätte man lassen sollen, da hätte man gedacht, boah, das ist ja eine geile Line und dann, vielleicht hat der Künstler gar nicht gemerkt, dass die geil ist, weil der so gut ist, irgendwie sowas, aber da merkt man schon offenbar, da hat er eine Line gefunden und die muss er jetzt ganz, ganz oft sagen. Ja. Ja, ja, ja. Aber dennoch, ne, ich finde den Song gut, ich habe nur das Gefühl, dass das vielleicht gerade alles ein bisschen zu negativ wirkt. ich kann mir den schon gut geben. Im Übrigen, um eine Kleinigkeit von meinem Ranking vorwegzunehmen, dieses Anti, das hat es irgendwie ein bisschen schwer gehabt bei mir. Zuerst habe ich das viel zu weit unten gerankt und zweimal habe ich mich schon gewundert, warum ich so viele Tracks in meinem Ranking drinne habe. Ja. Und es hat es dann etwas weiter höher geschafft, nachdem ich es dann nochmal genau gehört habe. Alles klar. Ich hoffe, genau in die Mitte von deinen zwei Rankings. Äh, nee. Als du es doppelt belegt hast. Nee, höher. Na gut. Aber mehr dazu später. Soll man mit Rechten reden? Ja, und da habe ich nämlich, glaube ich, fast die meisten Notizen mir gemacht. Mhm. Und in allererster Linie ist mir aufgefallen, dass das absolute Gegensätzlichkeit zu Liebe gegen Rechts auf dem anderen Album hat. Vielleicht soll das so. Da heißt es nämlich hier, ja, Faschisten werden nicht geboren, nur mit Liebe kann man da, ne, sonst sind sie verloren und so. Und hier heißt es, warum mit den Reden? Und da hat Bela ja auch irgendwie im Interview gesagt, so voll naiv ist das. Also muss man es jetzt vielleicht auch nicht so ganz wortwörtlich nehmen oder davon ausgehen, dass das absolut die Meinung von ihm ist. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Dass es so komplett konträre Anweisung ja fast ist. Ja, wobei beide Songs entwickeln sich ja dann noch von der ersten Strophe weg. Bei Farin wird es dann, glaube ich, ein kleptomane und ein transsexueller und bei Bela wird es ja später dann noch ein noch ein Verschwörungsschwurbler. Was ich an dem Song so ein bisschen, also der hat leider viel Luft nach oben, der könnte besser sein. Wenn der Refrain ein bisschen geistreicher wäre, ich finde die zweite Strophe sehr gelungen. Ja, also ich muss sagen, dass das größte Plusding ist tatsächlich der fucking Kinderchor. Dafür, dass ich Kinder hasse, werden diese Kinder diesen Song erstaunlich gut auf. Genau. Aber zuallererst, ich finde, diese Fragestellung, ich soll mit einem Nazi reden, ist ja eine sehr interessante und eine sehr, vielleicht auch aktuell, ein bisschen mehr kontrovers diskutierte. Ja. Er sagt ja, okay, der ist festgefahren, da gibt es nichts mehr zu reden, Nazis sind so, wie sie sind und die wissen das auch. Kommt nicht, setzt sich nicht damit auseinander so ein bisschen. Also natürlich sind das die Ärzte und die mögen keine Nazis. Gut, höre ich jetzt nicht zum ersten Mal, aber das Thema hätte man gern ein bisschen mehr beleuchten sollen und das ist dann halt wirklich müde in, ja, die sind doof. Das nimmt der ganzen Sache so sehr, sehr viel Potenzial. Ja. Ich wünschte mir, dass das irgendwie auch ein Satz gewesen wäre, den auch irgendwie eine Oma zu ihm random gesagt hat, wie bei einem anderen Song. Dann hätte das auch noch ein bisschen für mich an Kraft gewonnen. Aber ich finde den tatsächlich schon mal besser als den Song davor, das kann ich soweit an dieser Stelle sagen. Und, ja, ich weiß nicht, ich finde es halt ein bisschen schwierig, dieses, auf der einen Seite verstehe ich, dass man, was Tino ja auch öfter sagt, dass man Nazis jetzt nicht zu sehr legitimieren sollte, indem man, und dieses, ne, diese falsche, na, wie heißt, diese falsche Gewichtung, also irgendwie 10% sind harte Nazis und wenn man die irgendwie aber zu sehr in die Diskussion holt, dann fühlt es sich so an, als wäre es 50-50 und so ist es nicht. Ist ja ein Unterschied, ob man die in die Diskussion holt oder ob ich im Dialog mit diesen Leuten vielleicht A, herausfinde, was die eigentlich wirklich wollen und B, was ich immer gern mache, gerade, also vor, diese Wahl war es nicht, aber letzte Wahl habe ich mich zum Beispiel auch mal in so einen AfD-Stand gestellt und es ist eigentlich witzig, wie schnell man durch einfach Nachfragen einen Widerspruch konstruiert bekommen. Früher oder später, so meine Hoffnung, kommen die ja vielleicht dann doch ins Nachdenken. Ja. Und klar, nicht alle, aber ich denke, es ist immer schlauer, die Gegenseite, mit der Gegenseite zu kommunizieren, statt sie abzutun, weil die Chance, die zumindest ein bisschen in die eigene Richtung zu rücken, höher ist, aber das wurde alles in dem Song nicht so richtig verarbeitet. Habe ich gerade vorhin erst von einem Buch gehört, von so einem Typen, der genau analysiert hat, wie Rechte, dingstens in Europa, rechte Regierungen gebildet wurden. Also viermal gab es das in Finnland, in Italien, in Deutschland und auch noch so ein skandinavisches Land oder nee, Belgien war es und in Belgien und Finnland hat sich halt die Mitte zusammen mit Links genau dagegen gestellt und in Italien und Deutschland halt nicht und so ist es an die Macht gekommen und ähnliches passiert halt gerade in Amerika, dass sich eher alle, jetzt ist es die Republikaner, die Partei von Trump ist. Also kann ich aus dieser Sicht, was also völlig unrelated jetzt zu dem Song, da bin ich zufällig drüber gestolpert heute, kann ich das eher nachvollziehen. Also es heißt ja auch gerade bei uns im Bundestag, nein, dieses nicht damit reden, weil es gerade ja im Bundestag auch heißt hier definitiv keine Koalition mit der AfD so. Wenn ich das, wenn ich das in diese Richtung interpretiere und nicht dieses ich weigere mich da um Agerda mal zuzuhören, da kann ich auch mit dem Song an sich besser leben. Ja, Nazi ist ja auch irgendwie ein Begriff, der sehr, sehr breit ist. Also was ist ein Nazi, ne? Also Nazi ist ja eigentlich ein jemand, der zu Hitlers Zeiten für ihn gearbeitet hat. Dass das genau so wird, und das die Kinder in dem Song sagen. Das ist richtig nett zusammengefasst. Ne? Wo fängt das an, wo hört das auf? Also man kann natürlich jetzt auch sagen, dass irgendein Sachse, der angepisst ist von der Regierung und AfD will das lassen. Soweit könnte man auch gehen, aber das finde ich zum Beispiel nicht. Ich finde, da kann man viel, viel mehr die Augen öffnen. Aber klar, ist ein Nazi gleich verfassungsfeindlich oder ist ein Nazi einfach nur enorm, sag ich mal, einwanderungskritisch? Das ist natürlich dann die Frage, die man stellen muss, wenn es zum Beispiel so Themen wie Koalition und so geht. Ja. Klar, man kann nicht mit undemokratischen Parteien koalieren. Das ist natürlich was anderes, ne? Ja. Was mich an dem Song sehr, sehr gefreut hat, ist der Reim Musst in unser Hirn verrossen von dem Bullshit dieser Pfosten. Das liest sich schön, das hört sich schön, der hat mir gut gefallen. Okay. Und wie du sagst, der Kinderchor. Ist was Neues. Witzig, bis jetzt habe ich hier noch keine spezielle Zeile rausgeschrieben, aber da kommt noch was. Also da sind schon auch gute Zeilen in dem Album dabei, aber ich habe auch so ein richtig finsteres Negativbeispiel. Okay. Aber nicht in dem nächsten Song, der jetzt kommt. Nicht in dem nächsten Song. Der einzige Song, bei dem ich laut lachen musste, stellt sich heraus, Spongeboss war die ganze Zeit Teil von Die Ärzte und singt jetzt so Schreisongs. Nummer, weiß ich nicht, wie viel Schrei. Weiß ich auch nicht, wie viel sieben. Ja, also wenn der Song kommt, ich weiß nicht, das Album plätschert so vor dich hin, wenn der kommt, da freue ich mich immer. Ja. Und ich mag das irgendwie echt, dass Rod keinen Bock mehr hat, Refrenks zu machen, warum auch immer, aber ich meine, diese Struktur von Songs, die steht ihm voll. Weil ich fand ja auch Polyester schon richtig nice und hier ist es ähnlich. Also bitte mehr Rod-Songs. Ich weiß, dem ist das wahrscheinlich immer scheißegal, aber der soll mal irgendwie machen. Ja, aber wenn du ein bisschen mehr Rod-Songs forderst, dann kriegst du halt auch, ne? Ja, auch möglich. Vor allem, ich hätte jetzt gedacht, der Song ist ja auch so ein bisschen annoying, sage ich mal. Ich bin immer noch nicht ganz auf den Punkt gekommen, warum du das geil findest und Tamagotchi nicht. Also, aber findest du den annoying wegen der Stimme maximal? Ich finde den nicht annoying, aber ich glaube, er ist ... Ich finde ja bei Tamagotchi die Melodie scheiße oder dieses Iwiiiuiui und diese Sounds dazu. Und hier ist ja eher der annoying Part, dass er halt komisch schreit, aber das finde ich halt eher lustig. Und dieses Oreo, Oreo, weil ich halt ... Also, wahrscheinlich Ohheo wird eher gesagt, aber ich denke die ganze Zeit an den Keks. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Anfangs-Gag nicht gemacht. Ja, es geht im Übrigen um eine Keks-Marke. Ja, okay, gut. Scheiße. Ja, also, ich finde das musikalisch schon ganz nice. Ist so, ist schon so ein bisschen hymnenmäßig, obwohl es irgendwie dann doch so ein bisschen plätschert. Aber, ja, also, ich habe dazu jetzt auch gar nicht so viel, zu sagen, außer, dass ich den einfach witzig finde. Ich kann ... Ich finde schon, ja, dass es wieder so ein klassischer Rott ist, wo man sich erst mal fragt, okay, er steckt jetzt wieder in irgendeinem Körper von irgendwas oder irgendjemand und das irgendeine Eigenschaft hat, was erst mal ein bisschen komisch ist, was will der mir damit eigentlich sagen? Ja, true. Das geht ja bei Geisterhaus oder so, oder halt auch bei Polyester ganz ähnlich. Und das mag ich immer, das sind Texte, an denen man erst mal so ein bisschen knuspern muss. Das ist eigentlich so ein wütender Redneck, der mit seiner Schaufel in irgendeinem Loch sitzt und alle anbrüllt. Aber das ist auch nicht das finale Bild. Also ich habe nicht die eine Sache, wie ich mir das lyrische Ich oder wen auch immer in diesem Song vorstelle. Ja, ich kann direkt hier. Aber er ist laut und er ist nervig. Also ich finde ihn nicht nervig. Also das lyrische Ich ist ein lauter, nerviger Charakter. Ja, also ich kann hier auch schon mal das große Ding anmerken, was ich auch mit Tino schon mal kurz besprochen hatte, denn dieser Song wurde auch in einer Reihe von Songs auf diesem Album genannt, in denen es laut Moderatoren in Interviews um Toxic Masculinity gehen soll. Bingo! Denn schreiende Menschen sind immer männlich. Ganz klar. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der ich ein Problem habe und bei der ich hoffe, dass die Ärzte sich das zumindest nicht so auf die Liste geschrieben haben. Hey, jetzt thematisieren wir mal Toxic Masculinity. Denn ich finde, all diese Songs, die da genannt werden, das sind, glaube ich, Schrei, Perfekt, Einschlag und Anastasia. Also der Song Perfekt ist schon mal nicht auf dem Album. Ja, besser meinte ich auch. Okay. Ja, sorry. Diese Songs, also das sind alles Szenarien, die genauso gut einer Frau passieren könnten. Das Einzige, wo ich halt bei diesem Begriff mitgehen würde, wobei ich glaube, dass der gar nicht so aufgefasst wird, wenn halt Eltern ihren Kindern erzählen, hier, du bist ein Kerl, du hast nicht zu weinen oder Indianer kennen keinen Schmerz und sowas. Das finde ich halt schon Bullshit. Aber hey, du bist laut, du schreist oder du hältst dich für was Besseres als du bist oder du gibst immer neue Ausreden, warum es diesmal wieder nicht geklappt hat. Das ist nichts inhärent Männliches und das ist Bullshit. Da bin ich von überzeugt. Sicherlich findet sich auch noch ein Brennpunkt, wo man darüber reden kann. Ja. Ihr müsst da auch nicht meiner Meinung sein, Tino hat mir da auch widersprochen und das ist auch okay. Hört euch den Brennpunkt gerne an, wo Tino da widerspricht. Ja. Kleinigkeit noch zu dem Text, was ich am Anfang ein bisschen komisch fand, aber später irgendwie passend. In der zweiten Strophe hat er so ganz bekloppte Reime. Es bort sich seine Kammer, bewaffnete Presse, Lufthammer, so ganz komisch unpassend zweisilbige Reime. Ja. Und ich finde aber, dass das auch so ein bisschen doof, nervig, ätzend ist und da deshalb irgendwie doch wieder reinpasst in diesen schreienden Charakter, der einen auf den Nerven geht. Und deshalb wieder gut. Für mich ist das halt witzig, nervig. Ich weiß nicht. Also es ist schon wieder so dumm. Ich weiß nicht, ich mag das. Also es ist mir nicht als negative Lyrik aufgefallen, das will ich glaube ich sagen. Power-Metal-Agonie, was auch immer, aber... Ja, irgendwie haben die das Wort Agonie für sich entdeckt. Das ist ja im letzten Album auch vorgekommen. Was heißt das überhaupt? Na, Schmerz, Leid. Ah ja. Das ist... Das hasse ich am meisten, Alter. Wenn ich die Lyrics dazu google, kommt immer nur Schrei nach Liebe. Es geht mir so auf den Sack. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es den zweiten Fackelt ist. Gut. Das würde uns... Ja. Wenn wir gerade über Text reden, können wir vielleicht auch ganz gut den nächsten Song einrechnen. Aus was besteht eigentlich Text? Aus Buchstaben. Bist du dumm? Naja, ich hätte jetzt eigentlich das nächsthöhere gesagt. Aus Kraft? Text besteht aus Kraft. Aha. In dem nächsten Song geht es um den Konkurrenten von Nestlé. Nein, also... Oh Gott, oh Gott. Eine persönliche Liebeserklärung von unserem kleinen Lyriker an das Wort. Richtig, aber ganz kurz, ich muss nämlich sagen, wir haben ja ganz kurz bevor das Album released wurde, hier im Spaß uns die Tracklist angeschaut und haben so gesagt, um was geht es jeweils in den Songs und bei sehr vielen Songs finde ich, sind wir da zu besseren Ideen gekommen als die letztendlichen Songs. Also alleine... Was war es bei Kraft? Bei Kraft weiß ich es nicht genau, aber bei Schweigen war es so einfach drei Minuten Stille und das... Das wäre auf jeden Fall ein guter Gag auf einem Album. Ja... Ja... Ich sehe dein skeptisches Gesicht. Nee, ich überlege gerade, wo es sich sowas schon fand. Also der Song Intro auf die bessere Menschengestalt, einfach nur achtsekündiges Gitarrengeklimper oder ich weiß gar nicht, ob das ein Album oder eine Compilation war, wie ein Kind revisited oder so ähnlich heißt der. Der Song endet ja auf dieses la 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 la, dann ist der Song zu Ende und dann kommt wieder la 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 la. Sowas in der Art, denke ich mal. oder dass es ganz lange still ist und am Ende sagen die irgendwie noch Kraft oder wie sowas. Kraft jedenfalls, auf jeden Fall einer der besten Texte, würde ich sagen. Nicht per se wegen der Aussage, sondern einfach vom Aufbau. Also den mag ich schon sehr. Ich finde es, er ist vergleichbar mit Lasse reden von der Erzählart her. Ja. Ja, ja, doch, kann man machen. Meines Erachtens hat der, meinst du, der hat eine Schadchance? Wenn die so wollen. Der ist halt irgendwie so ein bisschen rammsteinig und das fühlt sich irgendwie nicht so kommerzig an, also so massentauglich. Andererseits ist das ja totaler Quatsch, was ich erzähle, weil Rammstein ist ja wahrscheinlich eine der erfolgreichsten deutschen Bands im Ausland mit vielleicht Scorpions oder sowas und von daher who knows. Ich finde, der geht in beiderlei Hinsicht. Also ja, er ist ein bisschen rammstein-esk, aber der Text, der ist halt schön hörbar. Es ist ja wirklich, man hat ja bei Lasse reden so dieses Jahr deine Nachbarn erzählen irgendwas und da finde ich gerade, ich glaube, das ist die zweite Strophe, wo es dann um diese Kollegin geht, die sich wegen Mobbing halt vor die Bahn schmeißt. Ja. Auch ein Thema, was vielleicht aktuell in der Gesellschaft immer noch ein bisschen zu kurz kommt, gerade Mobbing und so, wie das zustande kommt und alles, könnte auf fruchtbaren Boden treffen. True. Ich muss auch sagen, dass ich, also es gab ja noch dieses Musikvideo dazu beziehungsweise musikloses Video mit den Synchronsprechern und da, ich dachte tatsächlich, das wäre anderer Text. Als ich dann das Lied gehört habe, kam mir das alles relativ neu vor. Wahrscheinlich habe ich echt nicht so genau zugehört, weil ich, keine Ahnung, auf die Stimmen an sich gehört habe. Ah, okay, das ist der Synchronsprecher und so. Ah, ja, ich fand es ein bisschen schade, weil man ja bei dem Video schon geahnt hat, dass es einfach der Text ist von dem Song. Ja. Da wäre natürlich jetzt nochmal so ein Twist geil gewesen, dass es dann vielleicht doch irgendwie was völlig anderes ist. Aber gut. Ja. Was mich im Album, was ich vielleicht auch noch später sage, weiß ich nicht, ein bisschen, ich werde es noch sagen, ein bisschen stört, ist, dass teilweise Worte falsch betont werden, damit sie ins Takt oder Rhythmus-Schema passen. Metrum. Metrum, danke. Ey, du hast recht, du bist ziemlich gut. Und da finde ich es gerade hier zum Beispiel gut, dass diese eine Line Lügen haben, konsequente Worte haben, Kraft so geil da reinpasst und genau das Gegenteil zu dem, was ich kritisiert habe, so darstellt. Ja, und was auch den Zahn der Zeit trifft, er sagt Habibi. Aber steht das im Text? Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich höre das auch da raus, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ist das wirklich Habibi? Okay, müssen wir mal gucken. Ach, und was ich gar nicht gesagt habe, es gibt ja diese Bridge, die musikalisch so ein bisschen aufbaut. Die gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Warte, ich frage mir mal, ob ich die... Also bei dem Song... Also ein bisschen mit Geigen und so ist. Ich mag den schon auch sehr. Ich kann mir bei dem nur vorstellen, dass nach einiger Zeit dieses Nachkraft, dieses dass es vielleicht doch ein bisschen nervig wird. Aber aktuell bin ich noch nicht an dem Punkt. Du checkst gerade was gegen mit einer halboffenen E-Mail. Alles klar. Oh, es ist... Worte zeigen, zu erklären, wie es geht. Sie beschreiben, träumen ebenso wie die realen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr on point. Ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass du das Wort, das Wort sei schon, den Song gerade deshalb besonders gut findest, weil ich habe ja den Eindruck, dass du ja auch ein bisschen lyrisch unterwegs bist. Der Text, du würdest den doch schon unterschreiben, oder? Ich würde den unterschreiben, ja. Und um das zu untermauern, was du sagst, also Texte schreiben ist ja der einzige Grund, warum ich überhaupt irgendwann mal ein Lied gemacht habe. Da geht es mir so gar nicht darum, oh, jetzt würde ich gerne mal so einen richtig schönen, so eine richtig schöne Ballade machen. Deswegen, ja. Also du bist unmusikalisch, aber textlich, aber hast keinen Bock auf Gedichte. Genau. Und erst recht nicht Poetry Slam, weil das sind diese ganzen prätentiösen Bastarde. Okay, wow, vielleicht kontrovers. Kraft, die Ärzte. Ja. Ich bin mal gespannt, wie gut er dir gleich gefällt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, boah ey, ich bin dieser Song. Ich bin dieser Song. Also hier in den Lyrics steht tatsächlich in Klammern Habibi dahinter. Ja. Das ist ja höchst interessant. Was heißt denn Habibi? Ach, ich glaube, das ist, wir hatten mal, ich meine, mein Geliebter steht hier. Der hat das, ja, irgendwie guter Freund oder sehr, sehr guter Freund oder so. Freund oder Liebling, ja. Aber also Worte haben Kraft, mein Freund Habibi. Ich denke, das ist einfach nur, weil es gut passt. Habibi. Und Farin, der ist ja immer so viel gereist und kennt so viele Wörter. Na, da musst du ja nur nach Berlin reisen, um Habibi zu hören. Ja, gut. Okay, ja, aber ich finde den Text auf jeden Fall gut. Habe ich ja auch hier stehen. Wie gesagt, wahrscheinlich einer der besten Texte auf dem Album. Jetzt können wir vielleicht schon mal zu Schweigen kommen. Ja, der hat vielleicht eher nicht einen der besten Texte. Genau, aber der hat sich beim mehrfachen Anhören dann irgendwann bei mir gebessert. Ja, mein erster Gedanke bei dem war, dass ich sehr respektiere, dass das halt so ein Experiment ist. Mhm. Auch wenn Bela irgendwie denkt, wir sind alle kerndebil, weil wir das nicht checken, dass der elektronisch ist. Der meinte in dem Interview, keiner hat gemerkt, dass es ausschließlich elektronischer Song ist. Keiner hat das laut gesagt. Ja, er war nur im alten High bei den ganzen Taubstummen und die haben es ihm irgendwie nicht als Feedback gegeben. Wobei, ich habe irgendwo ein Review oder so gesehen und da meinte er dann auch, ach ja, die Gitarre da ist ein bisschen irgendwie oder irgendwas hat er da erzählt. Auf diesen elektrischen Klängen ist so eine Gitarre drüber. Ja, das stimmt aber nicht. Der ist halt wie gesagt wirklich komplett elektrisch. Wobei ich finde, ähm, zumindest ein akustischer Schlagzeug hätte den gut getan. Ja. Ich muss halt sagen, hier sehe ich ein ähnliches. Dieses Schweigen ändert nichts oder mein Schweigen ändert nichts. Es wird ja, ich glaube, erst ist es mein und dann nein, Komma, Schweigen ändert nichts. Ich glaube, das ändert sich. und da gibt es so eine Stelle, wo dann die Instrumente oder was auch immer alles aussetzen oder fast alles und das sich so aufbaut. Aber das entlädt sich leider nicht so ganz befriedigend. Weißt du, was ich meine? Genau. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo ich gerne mal so ein, es gibt doch am Schlagzeug diese Scheiben, wo man draufhaut. Ja. Die meine ich. Die hätten da teilweise häufiger, mal gegengeschäppert werden müssen. Ja, und ich finde, die hätte man teilweise da rein einsetzen sollen. Mal gucken, ob der das dann live spielt und Bela dann am Schlagzeug hin und wieder auf diese Scheibe donnert. Ja. Ich habe den Text auch wieder erst als oberflächlich erachtet, weil ich dachte so, Schweigen ändert nichts, ist ja egal, ob ich schweige oder nicht, aber dann habe ich darüber nachgedacht, dass es ja voll falsch ist, dass es ja eher darum geht, dass man nicht nur in Beziehungen und Liebesbeziehungen die Probleme, die man hat, halt ansprechen sollte. Ja. Darum geht es ja im Großen und Ganzen. Und wenn man sagt, okay, vielleicht wird das irgendwann von alleine klappen, da hat man weniger eine Chance, als wenn man dann sagt, okay, fuck it, ich muss das jetzt mal konfrontieren, sonst wird es irgendwann, sonst wird das Herz austrocknen und zerbrechen. Zum Beispiel. Also Aussage finde ich schon okay, aber wenn wir wirklich an die Substanz gehen, wie der Text so geschrieben ist, wir haben ja das schon öfter besprochen, dass es so ein paar Phrasen gibt oder so ein paar Reime, die man jetzt vielleicht ein bisschen zu oft schon gehört hat. Und alleine der Einstieg, warum habe ich nichts gesagt? Du hast mich so oft gefragt. Muss nicht sein. Ja. Da hätte man wirklich, da hätte man wirklich sagen können, okay, komm, ich flack die beiden Lines nochmal weg und mach nochmal neu. Die zwei. Ja, ja, ja. Alleine halt gesagt, auf gefragt Reim, ich weiß nicht, da ist irgendwie mehr zu holen. Aber ein Herz trocknet erst, dann zerbricht es. Das finde ich schon ganz gut. Das kann man mal positiv hervorheben. Ja, ich finde dieser Pre-Chorus könnte aber Verzweiflung glücklich sein, wird ja lieber als klein. Da sind die Reime zwar erwartbar, aber passen ins Thema rein. Die sind nicht so, ich mache jetzt den Reimen damit irgendwie, dass sich reimt. Vielleicht ist es auch so, aber es passt halt zum Glück. Ja. An der Sicht des Bösen, okay, aber ansonsten. Ich würde halt sagen so, es ist jetzt keiner meiner Favoriten, feiere ich nicht hart, aber ich respektiere das Experiment und würde ihn auch auf jeden Fall gerne mal live sehen wollen. Genau, einfach aus Neugier, was sie daraus machen. Ja. Von den Bela-Songs schon einer der Besseren. Okay, okay, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, einer der Besseren ist für mich einer der Nächsten. Ich habe hier bei mir einfach nur stehen, Tristesse, Stichpunkt Robin soll machen. Aha, okay. Ich weiß nämlich ganz genau, dass du den richtig toll findest. Vielleicht finde ich den auch übertrieben gut, weil ich ja im Vorhinein gesagt habe, das ist entweder ein richtig beschissener Bela-Song oder ein richtig geiler Rot-Song und es ist weder noch geworden. Es hat quasi da meine Erwartungen komplett unterwandert. Und das finde ich schon, ist schon ein guter Song. Ist jetzt nicht das allerneueste, dass man einen traurigen Text schreibt, auch eine fröhliche Melodie, aber hier funktioniert das für mich so gut irgendwie. Und ich finde, das sollte eine Single sein, auch wenn du das vielleicht jetzt gerade nicht so fühlst. Nee, ich finde das nicht so schlimm. Ganz kurz, red mal zehn Sekunden, ich mache das Licht kurz an. Okay. Also, da muss ich auch sagen, das ist einfach der Radio-Song irgendwie auf diesem Album. Jetzt muss ich es halt eh noch mal wiederholen, weil du es nicht gehört hast. Das ist für mich der Radio-Song auf dem Album. Ja? Ich höre den einfach so, nicht jetzt irgendwie mega populär, also nicht so Schrei nach Liebe, aber ich höre den halt so richtig hart rauf und runter im Edeka oder so laufen, im Hintergrund, weißt du? So diese Melodie, ah, okay, ja. Und ich gehe halt irgendwie, bei den Singles, gehe ich seit ein paar Jahren so ran, wie ich möchte, dass die wieder großen Erfolg haben. Und das geht eher am ehesten in so eine Lasse-Reden-Richtung von dem Vibe, sage ich mal. Also vom musikalischen Vibe. Und da muss ich auch sagen, Die Leute reden, waren auch so Poppics oder Popsong, die du... Ja, ja, ich meine nur vom, okay, musikalisch vielleicht auch falsch, sondern was die Melodie für ein Gefühl übermittelt. So, dieses leicht beschwingte, nicht allzu sehr nachdenken, weißt du? Okay. Ich muss hier auf jeden Fall mal eine Zeile positiv hervorheben, weil im Interview hat dann Farin gesagt, ja, damals, als ich draufgekommen bin, das hat den Coolness-Faktor wie ein Gartentraktor. Finde ich super scheiße, diese Line, ganz ehrlich. Zumal sich nur zwei Silben reihen. Ja, erstens das und zweitens, Gartentraktor sagt kein Mensch und zweitens... Darf ich kurz vorwegnehmen? Es wird das Line-Publikum sein, oder? Es ist das Line-Publikum. Ja. Das ist wesentlich besser als ein fucking Gartentraktor, weil das hat wenigstens ein paar Böden, weißt du? Ein Gartentraktor ist halt einfach etwas, was nicht cool ist. Wow. Wobei ein Gartentraktor schon ziemlich cool ist. Eigentlich schon, aber in dem... Ja, ne? So. Also, das... Man... Man hat... Ne, wie geht's? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hab tatsächlich nur aufgeschrieben Line-Publikum. Alleine diesen Neologismus fand ich schon so gut. Ich habe keine Freunde. Ich wüsste nicht, warum. Es leidet sich alleine besser als für Line-Publikum, oder so. Ja. So. Das ist runter... Das ist runtergegangen wie Öl und das finde ich gut. So. Ich kann dir nur beipflichten. Allerdings, alle Sachen, die du gut findest, die ziehen wahrscheinlich einfach aus persönlicher Präferenz. Nicht so krass bei mir. Ja. Aber es ist durchaus ein schöner Song. Und wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass ich genau in diesem Zeitraum auch meinen Franzosen in Real Life gemacht habe und mich der französischen Sprache geöffnet habe und das irgendwie so ein bisschen ironisch feiere alles. Und, äh, das hat alles gepasst. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei dir wenigstens in der Top 2 ist. Aber gut, das ist eine Annahme. Mal gucken. Werden wir sehen. Was auf jeden Fall weniger perfekt gepasst hat, ist Apple. Ey, Alter, ohne Scheiß, Kerngeschäft. Ich hör diesen Song nur noch in Dauerschleife. Da drück ich auf mein Windows-Media-Player immer auf loop-di-loop, loop-di-loop. Ja, ja. Das ist halt echt interessant, weil ich hab mir ja auch ein paar Meinungen von irgendwelchen Laien angehört, nicht nur irgendwelche Interviews. Und die finden diesen Song ausnahmslos alle gut. Und wir unterscheiden uns, ja, wir unterscheiden uns da sehr von dieser Meinung. Was ist denn daran bitte gut? Also, ist es der Text, der irgendwie gut sein soll? Ich hoffe nicht. Also, ich glaube, es hat natürlich diesen Novum-Faktor O, das erste Feature auf einem Ärztealbum. so ein offizielles. Ey, aber ganz ehrlich. Es gab natürlich, muss ich ganz kurz sagen, bei hier, manchmal haben Frauen oder so, da gab es ja auch immer mal so ein Feature. Aber das war jetzt nicht so irgendwie, das war halt da. Das war jetzt nicht so, guck mal, Apple ist jetzt hier am Start und droppt mal ihre Lines. Weißt du? Aber wenn man jetzt, die Ärzte ist, also es gibt ja zwei Sichtweisen. Ich bin jetzt, ich bin jetzt Bela oder so und sag so, oh, Alter, das wird jetzt das erste richtige Feature auf dem Album. Das muss reinknallen. Und dann kommt so was. Oder? Meine, meine Betrachtungsweise der Sache, du bist jetzt, keine Ahnung, irgend so eine, der Leader Rapperin oder wer auch immer, die gerade so ein bisschen nicht mal im Mainstream angekommen ist. und dann kommt so eine der Top 3 Rockbands Deutschlands auf dich zu und sagt, ey, mach mal ein Feature. Würdest du dann so eine Scheiße produzieren oder würdest du dich vielleicht irgendwie diese Gelegenheit, das spricht nicht für sie, I'm sorry. Loop the loop, loop the loop, alles ist im Loop. Alle, alle shooten, vor allem alle shooten ihre, ich hab ja noch beim ersten Mal hören irgendwie ihre, ihre Shats oder ihre Shats, ich weiß es gar nicht. auf jeden Fall alle shooten ihre Shoots, ergibt ja keinen Sinn, ihre Shots, wenn dann, oder? So, und das klingt dann, dann kommt das auch mit Loops wieder nicht hin, also hinten bis vorne, das fällt komplett auseinander. Dafür spricht außerdem, dass Bela ja im Interview gesagt hat, dass sie am Anfang so einen Representer-Track gemacht hat. Das war das. So gar keinen Bezug nehmend auf diesen, auf diesen eigentlichen Text. Boah, diese, diese, diese Dame, ich weiß nicht, die macht irgendwie, egal was sie tut, ich kann ihr nicht leiden und die hat noch echt nicht viel getan, was bei mir ankam. Hallo, Punani-Power. Punani, genau, Punani-Power. Und da kommt wirklich ein Bela B und sagt, hey, willst du mir nicht mal irgendwie ein Feature machen? Und alles, was sie macht, ist dann irgendwie sowas, er hat es ja im Interview gesagt, so ein, äh, und bla, und ich bin irgendwie der Geilste, hier, wow, und so, Standard-Scheiße. Also, man sieht, die Version, die jetzt da ist, ist schon die bessere von zwei. Mhm. Ja. Und alles, was kommt, ist Musik, ist das Nirvana jeder Möglichkeit. Boah, da musst du drauf kommen. Ja. Boah, wie kommt man denn auf so eine Line? Und dann singt die das nochmal, das ist das Gleiche, was ich auch gerade eben hatte bei, bei diesen, explodierst du schon, dass man dann die, die eigene Line so geil findet, dass man die nochmal singt, so gefühlt. Aber die Line ist halt gar nicht geil. Ja gut, Musik ist das Nirvana jeder Möglichkeit, das ist jetzt nichts offensichtliches, aber das ist jetzt auch nichts geistreiches. Ja. Und dazu kommt auch, dass die Equipment scheiße klingt. Also muss man, also von meiner Seite muss ich sagen, als ich gehört habe, dass das irgend so eine Dame im platten Verkaufsladen gesagt hat, mit dem Musikkapitalismus, bla bla. ist der Tarzan. Genau, ja, habe ich jetzt ganz viel abgekürzt. Da hat das für mich ein bisschen an Kraft gewonnen, sage ich mal. Das kann ich irgendwie, da kann ich relaten, okay, man hört so einen Satz und denkt sich, das klingt irgendwie so komisch, da muss ich einen Song draus machen. Aber wenn man dann die entscheidende Zeile, wie du es bereits angeteasert hast, Kapitalismus, so betont, dann ist es schon wieder komisch. Ja, du hast auch hier, die Rapper werden böserlein, der auch langweiliger. Ja. Bitte schreibt die Zeile nochmal ordentlich. So betont man das Wort langweiliger nicht. Mach es doch mal bitte ordentlich. Und wie du gerade sagtest, dieser Song ist ja halt echt ein Beispiel für die Prämisse ist da und dann klatscht man da noch so ein bisschen Text drumrum, ohne dass man sich mit dem Rest so krass besonders auseinandersetzt. Ich meine, gut, aktuelle Musiker klingen wie Cher. Ja, wow, wir haben seit vier Jahren echt krassen Autotune-Rap. hat sicherlich noch keiner so in Verbindung gebracht. Also ja, wir haben uns jetzt die ganze Zeit über Ebba aufgeregt, aber sein Part ist halt auch irgendwie schwierig. Nicht so, nicht so bänger. Und ich finde auch diese Zwischendinger irgendwie komisch. Mir fehlt da so der Bela B, der Vampir, der mystisch ist und in der Nacht umherzieht und alles, was ist jetzt dieser Dialog, jetzt habe ich nebenbei gelesen und geredet, jetzt kam Müll raus, dieses zum Beispiel, was ist das jetzt, hä? Nee, in echt? Und sie dann so, nee, in unecht, so arrogant, dass er jetzt irgendwie so voll der Bubi ist, steht dem entgegen, was er sich irgendwie ein ganzes Weichen aufgebaut hat. Und dann noch dieses Ach, nur einmal bitte, dann dieses Bittende, ich weiß nicht, das macht es für mich irgendwie übelst hart unsympathisch. Genau, dass er sie dann in diesem Quatschpart halt bittet, diesen Satz zu sagen, wie so eine Domina. Ja, es muss ja nicht er selber sein, kann ja auch das lyrische Ich sein, ne? Aber ja, ich weiß, was du weinst, ist mir jetzt nicht Ich hasse ihn ja jetzt nicht, ist ja ein guter Trommler. Ja, ja, ja. Und warum sagt sie am Ende so selbstbewusst Mucke Sound, als ob das übelst geil wäre, dass sie das sagt? Weiß ich nicht. Ist das nicht auch irgendwo das Gleiche? Naja, nicht unbedingt. Also gut, wir reden jetzt drüber, also ist es Kunst. Mhm. Ah, übrigens, ich habe ein Plus gefunden bei dem Song. Ja. Weißt du, was das Geile ist an dem Song? Er ist umhüllt von zwei geilen Songs, nämlich Tristesse und Noise. Schön. Das heißt, wenn man an der Stelle im Album ist, dann ist man in der Stelle, wo richtig gute Songs sind. Okay. Also ich kann zumindest hervorheben, dass ich ganz okay finde, wenn die Erde untergeht in Sturm und Weltenbrand, dann bin ich schon auf den Soundtrack gespannt. Das finde ich irgendwie... Den hast du ja gemacht. Den habe ich gemacht. Was habe ich gemacht? Ja, das ist ja Bombenstimmung zwei. Genau, true. Ne, das finde ich zumindest okay. Kann man machen. Aber Noise hast du angesprochen. Richtig, Noise, der Song, der sich anhört wie jeder Ärzte-Song jemals auf irgendeine Art und Weise. das wollten die. Ich glaube, das wollten die und es war wirklich so. Ich habe den gehört und dachte, den gibt es doch irgendwie schon seit zehn Jahren, oder? Aber ich mag den trotzdem sehr. Vielleicht auch gerade deswegen. Ja, ich hatte auch voll diesen Mandela-Effekt. Ich war mir sicher, dass dieses mit Noise und Noise, dass ich das irgendwo schon mal gehört habe. Ja. Du meintest ja mal, vielleicht kommt das auch noch, egal, ich nehme es jetzt vorweg, du meintest ja mal, sollte noch ein Ärzte-Album kommen, dann kriegt Bela Liebesliedverbot. Mhm, ja. Ich sage, sollte noch ein Album kommen, dann kriegt Farin Urlaub ein Songs fangen mit einer Zeile an, die über das Wetter geht, Verbot. Ja, 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 doch, auch. Habe ich ja tatsächlich auch unter das Musikvideo geschrieben, hast du das gesehen? Nee. Da habe ich wortwörtlich drunter geschrieben, das ist gefühlt der 20. Song, der mit, ich weiß gar nicht, wie er anfängt, ehrlich gesagt. Die Sonne scheint und ich sehe nämlich die Wolken. der mit die Sonne scheint anfängt. Aber das liegt halt auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel das zweite Solo-Album von Farin am Ende der Sonne, da ist auch in fast jedem Song und ich vermute mit Absicht irgendwie Bezug zur Sonne drin und dadurch wirkt es vielleicht für mich nochmal ein Stück mehr. Aber ja, der Himmel ist grau oder der Himmel sieht aus, als hätte ihn Van Gogh gemalt und so, ne, also da geht's einiges schon. Der, der ist halt auch immer auf Reisen, der sieht ja nichts anderes als Himmel. Der sollte mal in der Höhle reingehen. Ja, auf jeden. Der Song ist, sagen viele, wird, kann man quasi direkt neben Schrei nach Liebe platzieren, insofern, dass Bela und Farin den zusammen gemacht haben und zusammen singen, müsste ich reingrätschen. Mhm, grätsch mal. Der Unterschied ist folgender, bei Schrei nach Liebe singt Farin, äh, glaube ich, die Strophe und Bela singt ja den Prechorus, beziehungsweise ist das schon der Refrain? Ich weiß es gar nicht. Ne, das ist schon quasi der Refrain. Arschloch ist ein Wort. Arschloch ist der Refrain, deine Gewalt ist ein stummer Schrei nach Liebe ist der Prechorus. Okay, gut. Weiß ich Bescheid, aber ihr wisst, was ich meine, liebe Fans. Hier ist es ja so, dass, ähm, Farin und Bela abwechselnd die Strophe singen und dann wird's richtig nochmal geil, nämlich dann singt Bela, es wird Zeit für etwas Neues und Farin singt drüber etwas Neues, also doppelt den. Ja. Aber im zweiten Refrain ist es halt umgekehrt. Und das ist so, weil zuerst Farin singt dann Bela und in der zweiten Refrain singt erst Bela dann Farin. Und das finde ich, wenn man's mal merkt und mal hört, richtig geil. Hm. Ja. Nee, ich hab da jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich find generell Songs immer gut, an denen alle beteiligt oder halt mehr als einer beteiligt ist. Aber das, das nehme ich nicht ganz so bewusst wahr, das find ich einfach immer gut. Okay. Und was mir zuerst aufgefallen ist bei dem Song war, mich hat das zuerst ein bisschen gestört, dass Farins und Bela's Stimmen sehr, sehr unterschiedlich ist, obwohl es sich um denselben Part handelt. Er singt ja sehr, sehr hell und er, er vor allem, er und er singt halt sehr, sehr dunkel. Ja. Aber das hat, das findet sich ja im Text tatsächlich wieder. Die haben das ja selbst beschrieben als so ein Dialog wie zwischen Faust und Mephisto. Farin ist so ein bisschen, ah, mir müsste es eigentlich gut gehen, ich hab doch alles. Irgendwas fehlt mir aber im Leben, aber anderen geht's doch viel schlechter, mir müsste es doch gut gehen. Nee, das sagt ja Bela. Und Bela ist dann der, der sagt, ja, sieh her, du, du, bist aus, also er ist quasi der Mephisto, ähm, also Farin hat der Ich-Position und Bela, der sagt, ja, so und so ist es. Ja. Und das ist, findet sich halt textlich auch sehr, sehr gut wieder. Ja, ich, zuerst, ja, 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 nee, sprich erst mal. Ich mach den Text nochmal auf, aber rede mal ganz, mach erst mal so langen Text auf. Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich find das auch gut einfach, also, ich kann da auch ein bisschen relaten, ich glaube, da kann jeder zumindest relaten, aber das ist wahrscheinlich auch einfach menschlich, dass du, dass du irgendwie immer denkst, hier, es könnte besser sein und ich würde mich als schon sehr genügsam einschätzen und dennoch hat man halt und gerade auch natürlich betont durch die Corona-Pandemie immer so dieses Gefühl, okay, eigentlich geht's mir grad gut, aber es wär jetzt halt schon XYZ auch geil und deswegen kommt er auch zu einem guten Zeitpunkt. Ich find mich, also, ich kann relaten mit dem Song, nicht wegen Corona, sondern tatsächlich wegen der Situation, in der ich letztes Jahr ein bisschen war, wo unter anderem auch der Brennpunkt zu irgendwas geholfen hat, ich weiß gar nicht, BGE war oder mach doch, worauf du Bock hast. Ich hatte ja einen recht, ja, objektiv betrachtet recht guten Job und hatte halt dieselbe Situation wie Farin, dass man im Job nicht klagen kann und so, aber trotzdem irgendwie das Gefühl hatte, dass ich stagniere. Ja. Und das ist halt genau, was ich in diesem Song wiederfinde auch später. Also die zweite Seite, die kann ich eigentlich so wie sie ist vorlesen. War dich vom Selbstbedruck, hast du da wirklich schon genug, schau dich um, vielleicht ist da noch mehr. Singt ja Bela, du denkst, du hast dein Ziel erreicht, doch die langweilig schleiche ich. Es ist Comedy, das gerade Discord abgekackt ist. Es ist mein Discord ausgegangen, da rede ich noch ein bisschen alleine weiter. Robin hört mich jetzt nicht. Jetzt bin ich wieder da, hallo. Jetzt höre ich dich wieder, ja. Das war großartiges Comedy. Du liest die Zeile vor und ich höre einfach nichts. Genau. Das sagt Bela, das ist der eine Engel auf der Schulter und dann sagt der andere, soll ich alles raskieren, werde ich am Schluss alles verlieren. Und das hat man natürlich genau in so einer Jobsituation und sagt, okay, ich habe das jetzt, aber ich bin nicht hundertprozentig fröhlich damit. Soll ich jetzt wirklich den Job riskieren, um auf die Suche nach was Neues zu gehen? True, aber alles riskieren, alles verlieren ist auch so ein textliches Geschenk. So ein auf die Herdplatte fassen, so ein kurzes. Ja, absolut. Das ist natürlich klar, aber ich finde, das passt gerade rein. Das ist jetzt natürlich kein geiler Reim, das ist klar. Das ist wie bei am Strand mit Partyschwul, ne? Cool und Partyschwul, das kann man verkraften. Ja, das hat sich gut eingefügt. Und ich weiß noch nicht, was noch, ich vermisse es so sehr. Also da sitzt halt ziemlich jede Line und trifft genau auf das zu und ich sag mal so, ich hab das riskiert und ich verdiene jetzt weniger Geld, aber mein Leben ist besser. Ja, das ist doch schön. Und ich kann ziemlich gut zu dem Song abgehen. Und ich sing da auch gerne mit. Das ist so ein Song, der bietet sich auch an zu mitsingen, wenn man es einmal kann. Ja, ich mag halt auch bei Songs immer so, wenn die Instrumente mal kurz aussetzen, weil hier ist es genau richtig gemacht, dieses, es wird Zeit für etwas Neues, das wird zwar auch wiederholt, aber es ist A nicht bis zum Erbrechen und B entlädt es sich dann halt gut. So, weißt du, was ich meine? Gibt es ja diesen kurzen Part, wo die Instrumente leise sind. Ich überlege gerade. Da sieht man im Video Rott. Egal. Man sieht den da mehrfach. Ich werde, wenn du mich dran erinnerst, nachher nochmal drauf zu mir das anhören. Yes. Gut. Nächster Song ist ein bisschen schwierig. Kennst du das, wenn du von einem Schlag derart umgebolzt wirst, dass du nur noch bewegungslos da liegst? Ja, kenn ich hart, Alter. Kenn ich richtig hart. Und da haben wir meine Kritik. Okay. Also ich habe hier für mich notiert, Text eher so eine 4, Musik eher so eine 8+. Mhm. Fühlt sich belanglos an. Dem komplett konträr gegenüber stehen dann die Interviews, wo alle sagen, Alter, ist voll das krasse Thema, dass du dich da voll mit annimmst und so. Und ja, ich habe das auch einer Frau zum Gegenlesen gegeben. Kann ich das machen? Und so. Und da denke ich, okay, bin ich jetzt wirklich schon so abgestumpft, dass ich mir denke, oh, wow, wow, wow. Aber ich denke mir halt trotzdem nach wie vor, es ist halt nur ein Song. Klar haben die auch eine gute Reichweite und so und das ist krass so mit, was weiß ich, häuslicher Gewalt oder so eine krasse Affekthandlung. Aber jetzt das so aufzuputschen, okay, gut, ich habe da jetzt einen aus Versehen umgehauen. Da kann man auch, also über Ähnliches haben die auch schon Spaßsongs gemacht und das war kein Problem. Ich frage mich auch, dieser Song ist doch wirklich im ersten Absatz, der Text erzählt doch im ersten Absatz alles, danach kommt ja nichts mehr. Also genau das gleiche Prämisse ist da, wird im ersten Absatz abgehandelt und dann kommt nur noch Text, damit der Song drei Minuten lang wird. Ja. Was ist daran krass? Also ich würde nicht ganz sagen, dass alles schon gesagt ist in der ersten Zeile, in dem ersten Ding, weil dann kommt das noch mit dem Anwalt und dann dieses will ich das eigentlich, weißt du, will ich nicht doch lieber irgendwie für meine Sünde hier gerade stehen. Er hätte das mal gemacht, er hat nur gesagt, doch will ich das und dann hat er wieder eine sinnlose Zeile gemacht, die sich auf die erste Zeile reint. Sohlt mich hier raus, wie halte ich das aus? Ja. Und dann diese Frage, ich lebe nicht mehr, wie ich, sie lebt nicht mehr, ich lebe weiter, was mache ich daraus? Hätte man auch vertiefen können, ist jetzt wieder auch nur irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja, das ist auch noch ein Element, das ich in den Text einbringen wollte. Gut, weiter geht's. Ja. Also ich muss sagen, das Ende gefällt mir nochmal ein bisschen mehr. So, sie ist nicht mehr da, gar nichts ist mehr da. Das steigert sich dann nochmal gut. Aber ich weiß nicht, ich kann das irgendwie so ganz ernst nehmen, dass das so hochgehypt wurde. So, oh, das ist übrigens das ernste Thema. Ja. Ja, aber was fügt der Song denn der Debatte hinzu? Das ist ja nicht in irgendeiner Art und Weise, dass man da einen neuen Gedanken dazu entwickelt. Ich meine, gut, jemand wird erschlagen, das ist nicht gut. Okay, weiß ich das jetzt. Oh. Also was macht dieses, welchen neuen Blickwinkel wirft dieser Song auf das Thema? Oh. Ja, keine Ahnung. Deswegen wahrscheinlich auch diese Belanglosigkeit, weil das ist, glaube ich, nichts, wo irgendjemand sagt, ja, ist doch voll in Ordnung. Also, im Affekt jemanden totschlagen, das ist halt nicht gut, period, so. Fertig. Ja. Da hätte man, also ich habe jetzt zum Beispiel mir überlegt, was hätte man anders machen können, die eine Pointe kommt am Ende, dass vielleicht, ähm, man sagt, äh, entweder hätte man es so machen können, ähm, Frau wurde erschlagen, am Ende kommt raus, dass ich es war. oder, ja. Frau wurde geschlagen, am Ende kommt raus, dass sie tot ist. Ja. Oder jemand wurde geschlagen und am Ende kommt raus, dass es eine Frau war und es ging um häuslich irgendwie sowas, aber das ist ja alles nicht vorfindbar, so ein bisschen Geistreichtum. Yes. Aber, um es nochmal zu betonen, musikalisch, also wenn das, wenn der anspielt, denke ich immer, oh, geil. Mhm. Es ist so düster am Anfang und es geht richtig nach vorne, da kann man halt auch den, den Text mal ignorieren. Ja. Weil ich jetzt fast, ich jetzt auch in diesem Fall ungern aufmachen würde, was sicherlich der ein oder andere ein bisschen biased sieht, gerade bei den, diesen und den folgenden beiden Songs, es geht um häusliche Gewalt. Und, man würde das, glaube ich, ein bisschen übermäßig aufblasen, wenn man da jetzt wieder so ein Mann-Frau-Thema draus macht. Mhm. Ja, das ist ja, wie gesagt, auch hier so ein Ding, ne? Mhm. Also, gut, wahrscheinlich wird es eher unhäufig sein, wenn eine Frau im Affekt zuschlägt, dass der Mann dann stirbt, aufgrund von körperlicher Unterschiede. Aber ich, ich erachte es nicht so, dass es in dem, mindestens genauso viele Frauen, die, die das machen könnten. Ja. Von, von ihrem Temperament her. Fakt ist, es geht meines Erachtens in dem Song nicht darum, um diese Frage. Könnten mehr Frauen einen Kerl töten oder umgekehrt? Ja, und deswegen finde ich es ja so schäbig, dass das in den Interviews so in den Vordergrund gestellt wurde. Ja. Deswegen geht es so auf den Piss, ey. Das ist halt gerade so ein bisschen das Thema, ne? Ja. Was mir weniger auf den Piss geht, ist das Thema vom nächsten Song beziehungsweise die Art, wie der nächste Song präsentiert wird. Ich weiß aus Quellen, dass das der, oder einer der Favoriten von Tino ist. Mhm. Und der hat Tinder ja durchgespielt, also scheint das bei dem genauso abzulaufen. Und, ähm, ja, ich muss sagen, am Anfang fand ich es ein bisschen dumm, dass der Song so heißt, Anastasia, ohne dass das in irgendeiner Form relevant ist. Das ist halt einfach ein Name, der sich da irgendwie reimemäßig gut angeboten hat. Oder vielleicht, weil er sich so halbwegs auf aufblasbar reimt. Meinst du? Na, weiß ich nicht. Also, warum ist es... Aber das ist ja witzig, wenn du die ganze Zeit sinnlos dieses Wort sagst, nur damit es sich auf die letzte Zeile reimt. Ja. Ja, also, ich will den nicht allzu sehr kritisieren. Aus meiner Sicht hätte der noch ein bisschen witziger sein können. Da ist irgendwie noch ein bisschen mehr Potenzial. Aber der geht schon gut, Was denkst du? Genau das. Dass es halt echt ein witziger Song ist mit einem witzigen Text, der sich ein bisschen in die Haut von so einem klebrigen Typen begibt, sag ich mal. Mhm. Und, ähm, meines Erachtens fügt er sich auf ähnliche witzige Lieder von damals ein, ohne jetzt auch wieder irgendwie ein aktuelles, wichtiges, super wichtiges Thema ansprechen zu wollen. Das tut er meines Erachtens gar nicht. Ja. Ja, ich finde da ein bisschen schade, dass da... Ich finde ein bisschen schade, weil du sagst, Songs und früher, wenn Tinder halt in zehn Jahren nicht mehr relevant ist, dann leidet dieser Song da halt hart drunter. Und das finde ich da ein bisschen kacke. Aber die Ärzte haben auch damals sicherlich irgendwelche Wörter gesagt, die man heute nicht mehr zugeordnet kriegt, auch wenn mir jetzt gerade kein Beispiel einfällt. Zum Beispiel Indianer. Sicherlich, ja, ja. Was bedeutet denn vor dem Altar deine Jungfräulichkeit beten? Ich glaube, da geht es eher darum, dass halt die Person nicht die Frau an sich interessant findet, sondern nur, dass sie Jungfrau beziehungsweise jung ist. Okay. So hätte ich das gedacht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, das sagt der später erst, dass er auf jüngere Frauen steht mit Justin Bieber, ne? Mhm. Ah ja, hier nicht, erst am Ende der zweiten Strophe. Ja. Also das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen. Das ist so ein bisschen immer ein Totschlag-Argument auch, weil okay, nur weil die jetzt einen höheren Altersunterschied haben, heißt das jetzt nicht per se, dass das ist oder dass da Interesse da ist wegen diesem Altersunterschied. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das halt oft der Fall ist. Keine Ahnung. Ja, auf jüngere Frauen und Mädchen stehen, das gibt es ja in beide Richtungen. Ja. Was mir aber, wenn wir wirklich jetzt dieses Fass von irgendeiner Toxigkeit aufmachen wollen, bei diesem Song auffällt, Farin sagt ja, das ist ein Arschloch, das lyrische Ich. Natürlich ist das nicht korrekt, also beziehungsweise wer ist das schon? Ist ein hochgradig verwirrter, verunsicherter Mann, der nicht weiß, wie er mit Frauen umgehen soll. Und der überkompensiert und so sich einredet, er sei der geilste, um zu verstecken, dass er eigentlich gar kein Selbstvertrauen hat. ja. Also ist das jetzt was Kontroverses, was du sagst? Ich finde, das wird in dieser Diskussion von wegen, oh, das ist voll das Arschloch, der fässt die ja an und der denkt, der ist der geilste, nicht ganz zu selten, ich sag mal, zu selten hervorgehoben. Ja, da würden diverse Leute jetzt wieder sagen, ey, was sympathisierst du mit dem, der macht ja das alles völlig falsch und so, ne? Womöglich ist es das, ja. Aber mit solchen Leuten würde ich auch reden, ne? Ja. Am Ende sagt er nochmal explizit, mein Selbstbewusstsein ist gerade in Gefahr. Ja, ich würde eher sagen, das ist kein echtes Selbstbewusstsein, von dem da die Rede ist. Eher dieses Ego, dieses Konstrukt, das sich da aufbaut, des geilsten Typen ever, dieses Konstrukt ist in Gefahr. Ja, und an solchen Punkten zerbricht halt hier diese Strategie von Herrn Urlaub, da irgendwie sich in was rein zu versetzen und aus dieser Sicht zu schreiben. Finde ich gar nicht. Ja? Also, vielleicht schreibt er das, vielleicht schreibt er das als jemand, also, Farin Urlaub sagt, ich schreibe als jemand, der ein Arschloch ist und herauskommt einfach ein verunsicherter Junge. Ja. Von den Leuten, die nie so nirgendlich verunsichert waren, denken, das ist einfach nur ein Arschloch. Ja, ich bin ja jetzt quasi deine Interpretation mitgegangen und an dem Punkt könnte man dann halt sagen, okay, wenn du dich da in jemanden reinversetzt, dann siehst du aber auch nur das Bild, was du halt von dieser Person hast und du siehst nicht wirklich das Innenleben von der Person. Also, klar, wenn ich hier irgendwie so einen typischen, ich sag mal, so einen amerikanischen Footballspieler in der Highschool, dieses Klischee sehe, dann hat man halt auch ein gewisses Bild vor sich und so wirkt das halt hier so ein bisschen. Ja, aber, also nicht wie dieses Bild, sondern wie dieses in Klischees denken. Genau. Was ich an dem Song aber gut finde, endlich mal einer, der eine nice Point am Ende hat in der letzten Zeile, so wo man mal lacht. Ja. Was ist denn das? Das ist doch witzig. Meine nächste Frau wird dann wieder aufblasbar. Hat nicht geklappt. Ja. Muss es wohl wieder so was sein und das reimt sich schön und es ist nicht so, er sagt ja nicht, meine nächste Frau wird eine Gummipuppe, sondern so ein bisschen durch die Blume. Richtig. Und das finde ich in dieser Stelle auf jeden Fall auch besser gesetzt als, äh, oder wenigstens Verkehr bei der Letzte Lied des Sommers. Da fandest du es ja gut, glaube ich. Ich fand es ein bisschen deplatziert. Hier finde ich es besser. Ja, kann ich, den kann ich beipflichten. Okay. Nice. Wir können ja mal sehen, wie viel wir uns beipflichten beim nächsten Song. Besser. Kurze Frage. Ähm, Monster aus Rock, ja oder nein? Ob ich den gut finde? Nö, ob der so klingt. Ach so, ja, ein bisschen, ein bisschen, kann schon sein, ja. Ich hab hier stehen, kann weg, Filler, aber nicht scheiße. Moment. Hm, okay. Mhm. Auch hier wurde wieder das Toxic Masculinity fast aufgemacht, braucht man, glaube ich, nicht weiter. Find ich überhaupt nicht. Ja, ja. Also klar, wurde aufgemacht. Es ist ein klassischer Gib mir eine zweite Chance-Song. Ja, oder eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Wie auch immer. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, das lyrische Ich, ist das einer, der sehr viel Mist gebaut hat? Also wie du gerade sagst, ist das einer, der sehr viel Mist gebaut hat und jetzt wirklich hinterfragt? Weil, meinst du achten, es geht nicht aus dem Text hervor, dass es einer, der eine vierte, fünfte, sechste Chance will? Kann sein. Aber es kann auch sein, dass einer ist, der sich wirklich selbst überdenkt. Äh. Es geht meines Erachtens aus dem Song nicht besonders hervor. True. Aber darüber hinaus ist es textlich sowie musikalisch nichts, was im Gedächtnis bleibt. Ja. Ist bei mir nicht sehr hoch im Kurs, aber ist halt, wie gesagt, nicht scheiße. Aber, keine Ahnung, der ist halt auch irgendwie textlich so ein bisschen, bisschen belanglos. Also fühlt sich auch an, als gäbe es schon drei Songs, die dieses Thema irgendwie besser behandelt haben. Das ist so geil. Wenn ich eingebe, besser, die erste Lyrics kommt, Angeber. Ja. Ist bei dem Album so ein bisschen das Problem. Richtig. Außerdem weiß ich auch sonst nicht, was ich groß zu dem Song sagen soll. Der ist musikalisch okay, aber der ist irgendwie, der hat so, bei dem Film würde ich sagen, der hat ganz, ganz langsames Pacing. Irgendwie, der zieht sich da so hin, wie so ein Kaugummi. Aber er ist halt nie richtig scheiße. Also ich will den auch nicht haten. So in etwa, doch, doch, da bin ich schon bei dir. Ja. Ich glaube, beim nächsten Song gehen wir etwas mehr auseinander und können mir ein bisschen mehr zu sagen. Nachmittag. Ich kann mir vorstellen, dass du den nicht so magst. Ich finde den tatsächlich ziemlich gut. Gut, da liegst du falsch. Okay, gut. Ich mag das auch, dass das ein Farin-Song ist, den er für Bela geschrieben hat. Das gab es, glaube ich, soweit ich weiß noch gar nicht. Hört sich so ein bisschen nach Bingo an. Aufgrund dieses Songs habe ich dieses Album, also das Album von Bela, habe ich deswegen noch mal gehört und fand das dann besser als damals noch. Du ja nur so halb. Und, ähm. Das ist das Album von Bela, oder was? Bingo, hieß das erste Album von Bela. Ah, okay. Und das hatte auch schon diesen, diesen musikalischen Touch. Der Punkt ist der, ich habe das halt nicht gehört. Ich habe mich für die Bela-Sachen nie interessiert. Also ich finde die weder gut noch schlecht. Okay. Was ich aber auf jeden Fall textlich hier extra aufgeschrieben habe, das, also da, da hatte ich mindestens zweimal so Flashbacks zu, ähm, Monster Party. Die Sonne stand am Horizont, der Himmel war blutrot. Mhm. Ich, ich seufzte noch ein letztes Mal, dann ging die Party los. Haha, aber es ist nicht ganz so. Die Turmuhr schlug ein letztes Mal, dann war ich tot. Jetzt habe ich quasi beide Songs genau ineinander verschachtelt und es ist vom Aufbau exakt gleich. Okay, das ist mir nicht aufgreifend. Und tot auf blutrot auch gereimt. Gut. Vielleicht ist da auch irgendwie die, der Rhythmus ähnlich, dass mir das da so entgegengeschlotzt ist. Ich verstehe, was du meinst. Ich werde mir das in Ruhe anhören, wenn du mich daran erinnerst. Ja. Sehr interessant. Habe ich nicht gesehen. Aber soweit ich weiß, beide von Farin geschrieben, also kann ja sein, dass er da so einen kleinen Glitch in der Matrix hatte. Mhm. Ja. Aber blutrot auf tot ist auf jeden Fall auch ein wiederkehrender Reim bei beiden. Ja. Aber ich finde, bei diesem Song ist es halt wirklich, ähm, so ein bisschen wie einmal ein Bier, das ist eine Prämisse, mit der du nicht rechnest. Ja, außerdem. Dass man wirklich aus der Sicht des Erschossenen spricht. Genau das, das mag ich da halt auch, weil das Medium Song halt das irgendwie voll gut machen kann, was andere Medien vielleicht nicht so gut können. Also als Film stelle ich mir das zum Beispiel voll weird vor. Gut, dann bist du halt so ein Geist und schwebst da rum, das ist irgendwie albern, weißt du. Mhm. Und, äh, als Text weiß ich nicht, also als, ohne, ohne Lied dazu, ist irgendwie auch komisch, aber so als Song ergibt das irgendwie voll Sinn. Mhm. Deswegen mag ich das. Nice. Ich finde, dieses, das aus, also, er macht ja aus, ich wurde, also meine Frau, oder meine Geliebte hat mich erschossen und ich bin jetzt tot und sie hat mich ermordet. Daraus macht er einfach Liebeskompliziert. Ja, finde ich auch gut. Finde ich sehr sympathisch und eigentlich auch ziemlich genial. True. Und dass er halt immer mehr aufbaut, es geht ja so, also eigentlich wäre er ja wahrscheinlich ernüchtert davon, dass sie sowas macht, wenn er jetzt stirbt, aber am Ende kommt so wirklich, baut sich das ja so auf, dass er, ähm, sich ihr umso mehr hingezogen fühlt und dass dieses, diese schlimme Tat, dass er das irgendwie gar nicht schlimm findet. Ja. Und das Schlimmste an der Tat ist immer noch, dass er sie halt nicht in den Armen hält und küsst dabei. Ähm, sau interessant textlich. Ja. Finde ich schön. Das erinnert ein bisschen an diese früheren Songs, weil er dieses, dieses Echo in der Stimme hat oder Reverb, ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, war früher häufiger mal, wo er diese Vampirlieder und so gemacht hat, in den alten Alben. Da hatte ich ein kleines bisschen. Ist mir auch aufgefallen, die Flashbacks. Also, früher haben die sehr viel mehr, wahrscheinlich auch technische Begrenzung, nur so eine Tonspur gehabt und jetzt ist eigentlich fast permanent, sind da irgendwie zwei, drei Stimmen oder irgendwas gedoppeltes. Ich weiß gar nicht, ob ich das per se gut finde. Echt? Also, wie gesagt, das kann man halt vergeigen, ne? Ja, na, und dieses und alles und so, das ist halt geil, ne? Aber, wenn das halt permanent ist, ne, ich weiß es nicht. Das ist halt dieses, dieses, das ist dann overproduced, maybe. Und dann wirken diese Songs vielleicht live nicht so geil. Aber das werden wir ja vielleicht sehen, wenn irgendwann wieder ein Konzert Oh ja. Der Song, der könnte live auf jeden Fall kommen. Ja. Ja, weiß halt, wie es ist, ne? Menschen sind nicht unfehlbar, was uns zum nächsten Song bringt. Ist dir aufgefallen, der allererste Ton, die singen am Anfang so ein bisschen so ein Chor und der allererste Ton klingt so ein bisschen wie Personal in Jesus. Ich glaube, von Deepish Mode ist das. Achte mal drauf. Witzig. Ich wollte auch einwerfen, dass irgendjemand meinte, dass dieser Song irgendwie den Anschein von einem Queen Song hat. Und das muss ich sagen, ist ein bisschen zu hoher Praise. Nun, man kann ja man kann ja Sachen vergleichen, ohne dass die gleich gut sind. Ja, also, dass ich oder meinst du, wenn es dann losgeht? Meinst du von dem A Cappella? Genau, von dem A Cappella. Okay, habe ich jetzt nicht so präsent. Ach, achte mal drauf. Und dann später Hast du gerade irgendwie 8-8 gesagt? Das sagt man hier nicht bei Erze Podcast. Ich will das nur, ich will nur meine politischen Botschaften ein bisschen mit unterbogeln. Alles klar. Ja. Also achte mal drauf, die Strophe, die Bela dann singt, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, das war eine B-Seite, die es unter anderem auch auf Best of gab, war dieses, ein Schlaubeer, Käpt'n Blaubeer. Ja. Und da singt er genauso. Ich mag diesen Song sehr. Also Käpt'n Blaubeer. Ja, das ist ein bisschen bescheuert. Geht so. Ja, und also meine einzigen Notizen zu dem Song sind halt, dass der ein bisschen klingt wie Personal Jesus, ein bisschen wie Käpt'n Blaubeer. Und ansonsten ist da auch wieder nicht so viel abzuholen. Nicht so viel zu holen. Naja, wir haben ja im Vorfeld auch über den schon mal geredet. Das ist auf jeden Fall eines der Lowlights für mich. Der ist jetzt nicht ein kompletter Griff ins Klo. Mich stört tatsächlich am meisten, dass hier auch Zeilen wiederholt werden und irgendwie so präsentiert werden, als wären sie richtig fucking gut. Menschen haben Menschen nicht lieb. Das ist einfach ein Satz, der ist nicht so geil. Ja, den sollte man in einem Song wenn, dann ein halbes Mal sagen und nicht irgendwie dreimal oder fünfmal. Ja, oder Menschen können Menschen nicht leiden. Also ich verstehe schon, was die ungefähr meinen. Den finde ich noch besser. Menschen sind für Menschen nicht gemacht. Finde ich noch, das ist irgendwie ein bisschen besser. Aber irgendwie dieses Liebhaben ist alleine irgendwie, das ist so, ich weiß nicht, das ist so Kindergartenspräch. Das ist ja so unüblich, dass man das sagt, ja. Aber du hast dich ja viel mehr aufgeregt auf dieses Menschen haben Menschen. Einfach mal nicht lieb und dann ist es zu Ende. Ja, weil das halt noch mal so ein Ausrufezeichen setzt, was dieser Satz nicht verdient. Ja, ja, aber er hat im Gegensatz zu nicht lieb einfach mal nicht lieb gesagt. Das macht, das macht, das ist schon, ja, ja. Einfach mal, ja, das ist, oh Gott, ich weiß nicht. Also ich finde tatsächlich diesen Anfang noch am besten, weil ich auch Theater und Psychiater finde ich ganz witzig. Harter, desolater finde ich irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen irgendwie auf Zwang. Ja, also diese ganz und gar desolater, das ist halt ein Zweckrein, ne? Ja, aber ich finde den Part noch am besten. Dann kann ich ein bisschen drüber lachen, wenn man sagt, über Tünchen, Lünchen, Todeswünschen, kann ich drüber lachen. Aber, also spätestens in der zweiten Strophe, ja, da klappt es ein bisschen auseinander. Mensch, das ist ein Arschloch, Baby ist schon immer gewesen, immer mehr, ja, was wollen die mir damit sagen? Das ist wieder so ein bisschen dieses Leere, ich erkenne einfach nicht den Zweck in dem Song. Ja, ist für mich auch so ein Filler-Song. Ich muss auch an dieser Stelle nochmal betonen, weil es jetzt irgendwie, auch dadurch, dass wir hier neu angefangen haben und direkt negativ so, das wirkt vielleicht alles noch etwas negativer, als es tatsächlich, aber da können wir ja am Ende nochmal Gesamtbild oder sowas. Naja, die Leute haben ja auch gerade noch gehört, wie wir uns über Neues und so gefreut haben, dass das ja richtig vorwärts geht und so weiter. Ja. Und Nachmittag ja auch. Sicher. Das war ja der Letzte. Magst du den ersten Part nur, weil Farin da mitsingt? Nee, glaube ich nicht, dass es das ist. Keine Ahnung. Denn auch textlich, also geht es mir, glaube ich, eher ums Textliche als, ja, wenn die mir Musik dann einsetzt, das ist alles so ein bisschen, also das fühlt sich für mich an, wie eine B-Seite von einer anderen Band, weil die Ärzte finde ich B-Seiten eigentlich immer richtig geil. Ich dachte von einer B-Seite, ich dachte schon eine B-Seite von einer anderen B-Seite. Auch das, ja. Richtig, so richtig taking out the trash. Ja. Ja, das ist irgendwie so, die Melodie ist so ein bisschen halbherzig und alles, ich weiß nicht. Hätte genauso gut, hätte man genauso gut weglassen können. Ja. Was man nicht hätte weglassen können, ist der folgende Song. Ja. Da haben wir uns ja gegenseitig so ein bisschen reingegrätscht bei der Interpretation, ne? Gegenseitig hochgepusht, würde ich fast sagen. Ach so, bei der Interpretation. Ja. Ja, das stimmt. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass wir uns den Song beide gegenseitig noch besser geredet haben, als wir ihn eh vielleicht schon fanden. Zu allererst, wovon redest du? Und als zweites, ich erkenne sehr viele Parallelen zwischen Songs auf Dunkel und fahre in Urlaub und hier habe ich Pakistan im Angebot. Ja, ja. Hatte ich das nicht selber schon gesagt? Du Assi, glaubst du mir das gerade? Hattest du das gesagt? Ja. Ich glaube, ich hatte das gesagt. Ich meine, du hattest mal irgendwie sowas in der Art gesagt, ich weiß nicht, was genau das war. Also gut, kann sein, dass du das bei diesem Song gesagt hast und ich das dann später nochmal selbst so validiert habe. Also ich muss sagen, Pakistan mag ich ein bisschen mehr. Aber da gefällt mir das Thema auch irgendwie ein bisschen besser. Dieses Fernweh, da kann ich mich, da sehe ich mich hart. Und er haben hier, ja, okay, kennt man. Ich finde den Song aber sehr geil. Melodie nice, klingt gut. Absolut. Und interessant wird es dann halt wirklich bei der Interpretation vom Text, weil wir da irgendwie sehr gegensätzlich sind. Du meintest ja, das ist, du siehst da so ohne weitere Wertung so eine Art tollpatschiges Mädchen. das dabei immer irgendwie niedlich ist oder so. Das ist aber auch nur mein Sexismus, dass ich da ein Mädchen sehe. Genau, das wollte ich jetzt gerade nicht anstechen. Deshalb habe ich wertungsfrei gesagt, aber wahrscheinlich spricht dir wieder ein innerer Dino. Ja, genau. Nee, also das Ding ist, dass ich vielleicht das auch einfach ein bisschen sympathisch bis attraktiv finde. Wobei attraktiv vielleicht das falsche Wort ist, aber weißt du, ich mag das und deswegen sehe ich das eher, aber ich gucke halt, also weißt du, aber selbst bei Männern oder Jungs oder was auch immer fände ich das, so wie ich es wahrnehme, halt sympathisch. Bitte. Also ich weiß, was du meinst, es gab es ja auch immer so früher so dieses Klischee von YouTuberinnen, die sich irgendwie doof angestellt haben, um dann so, keine Ahnung, niedlich zu wirken. Ja, aber das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Also das ist ja dann ekelhaft. Das ist ja genauso scheiße, wie wenn die irgendwie mit Absicht ihre Stimme höher stellen, um irgendwie zu wirken. Das ist ja richtig dumm. Jetzt ist natürlich die Frage, geht es noch um Erhaben? Ja, ja, es geht um Erhaben, definitiv. Ich wollte nicht mal, ich höre da so einen Tollpatsch raus, der halt irgendwann stolpert oder so, aber halt irgendwie dabei so erhaben ist. Ich weiß es auch nicht. Aber ich finde die andere Interpretation auch völlig valide. Und ich glaube, die ist auch näher am Original, wenn ich das Interview richtig interpretiert habe. Also wie es tatsächlich gemeint ist. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es da im Interview um diesen Song ging. Gab mehr Haare. Sprich erst mal, ich habe jetzt genug. Ich weiß gar nicht, ob ich da selbst drauf kam oder ob mir irgendjemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, aber das ist halt ein Song, wo irgendwie auf jede Line irgendein Video-Ausschnitt von Armin Laschet draufpasst. Ja, also das hatte ich auf jeden Fall in Kommentaren direkt am ersten Release-Tag noch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das an dich weitervermittelt hatte. Ja. Ja. Scheiterst du am Leben jeden Tag? Also es ist wirklich ganz, ganz viele Sachen, die einem da, oder so ein Gefühl, dass man da permanent in den Kopf eingeblendet bekommt. Ja. Ich hoffe, das ist auch jetzt das letzte Mal, dass Deutschland über Armin Laschet redet. Ach, das ist doch, der macht's für Trump, der tritt in vier Jahren wieder an. Ja, also sehe ich auch auf jeden Fall. Aber ist er Armin Laschet für dich erhaben? Ja, das ist natürlich ein bisschen Interpretationssache. Also ist er das oder fühlt er sich so? Ja, okay. Oder wirkt er so? Oder wirkt er so, als ob er sich so fühlt, ne? Ja. Das Wunderbare dabei ist, dass du trotzdem glücklich bist und dabei so dieses hinter, hinter, äh, hinter dem Bundespräsidenten ist er glücklich mit seinen Kollegen. Ja, doch. Und aus all den Schäden nichts gelernt, da hat man dann, keine Ahnung, irgendein Auto, das durch NRW geschwemmt wird, irgendwie sowas. Das ist so, kann man wunderbar alles Ja, mach doch mal ein Video. Mach mal ein Video gegen. Also, okay. Pack ich in die Römer rein. Ja. Packst mal in die Römer rein. Ja, geil. Nicht nur textlich vielseitig, also beziehungsweise vielerlei Möglichkeiten, das zu interpretieren, sondern auch halt diese Klangwand, die wir zum Beispiel auch, das Wort haben wir ganz, ganz oft bei Polyester genommen, bei den Refrains erhaben, 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 höre ich die total. Also, das ist auch dieses, ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Bassgitarre ist, die das spielt oder irgend so eine synthetische Bassline, die Bassline, die das macht. Aber, ei, 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 ich weiß nicht, also, das umhüllt einen und kuschelt einen ein in Töne. Ja, ja. Ich hab diesen, also, das ist am ehesten der Song, den ich auf Repeat hab. Mhm. Nicht nur, weil der geil ist, sondern weil danach erst mal ein Downer kommt, aber dazu später mehr. Wir sind ja noch nicht fertig mit einer Diskussion zu diesem Song. Ja, da geh ich voll mit, also, Polyester versteh ich den Vergleich auch. Deswegen, also, es ist eher irgendwie so eine Rottsache, so diese, ja, diese Wand. Ja. Umso besser finde ich, dass es hier passiert. Die Klangwand. Ja. Und ich muss noch eine Sache kurz überprüfen, weil ich geschrieben hab, dass der mal wieder geil ist nach drei schwächeren Songs. Das haut aber, glaube ich, nicht hundertprozentig hin, weil Nachmittag ja auch eigentlich ganz nice ist. Ja, aber Nachmittag ist auch der stärkste von den dreien. Die anderen sind vielleicht nicht ganz so. Und was ich an dem Song wirklich irgendwie so, das ist jetzt mega, mega gebuddelt und so, aber dieser Song könnte nach vier Minuten zu Ende sein. Musikalisch. Ist er nicht, oder was? Ja, die sind sich so sicher, dass der Refrain geil ist, dass sie den bei Minute vier nochmal spielen und der Song erst dann endet. Mhm. Und das ist echt, also da muss man auf jeden Fall sich schon was trauen. Es ist selbstbewusst. Oder ein bisschen zu viel Rechtsrock gehört haben. Wir hatten das Thema. Ja. Das versteht jetzt halt keiner, ne? Naja, es gibt halt diversen Rechtsrock, der dann bis zum Erbrechen den Refrain immer wiederholt. Das ist aber auch unsere einzige Kritik an dem Genre. Ja, genau. Ja, aber ich habe am nächsten Song mehr Kritik. Ja, und zwar das letzte noch, der letzte Punkt zu erhaben. Jetzt muss ich kurz vorweggreifen, den Song Demokratie habe ich immer auf dem Album, oder habe ich auf dem Album bei jedem Durchhörlauf immer nicht gehört, weil ich nach Erhaben immer das Album schon ausmache, weil ich den Song danach nicht leiden kann. Weil das Einzige, also danach, nach Erhaben kommt danach. Ja. Oh Gott, das war ein bisschen boomerig, aber uninteressant. Ähm, das Einzige, was der Song mit mir macht, ist, dass ich Bock habe, wieder den Song einmal ein Bier zu hören. Ja, ja, ja. Auch das ist ein Novum, ne? eine Melodie irgendwie komplett recycelt. Und, naja, also auf Dave Give Me Schrott gab es auch recycelte Melodien. Ja, okay. Das ist nochmal was anderes. Aber, also, was soll das? Also, muss ich ganz ehrlich in den Raum fragen, was soll das? dieses Novum, dieses, diese, diese leere Hülle an Geleier irgendwie auch nicht weiter geschafft, so. Das frage ich mich halt auch, ob man es wirklich so sehr als Geleier empfindet, weil wir halt die schnellere Variante kennen. Oh, ich kotze gerade. Geleier im Sinne von inhaltsleerem Text. Ja, aber für mich ist das, was ich vorhin, haha, gesagt habe, mit diesem Zäh wie Kaugummi, das ist hier noch viel, viel schlimmer. Das ist echt hoch 10. Und deswegen verstehe ich nicht, also, also, wenn man wirklich eine Melodie recycelt, dann kann, lass das doch eine B-Seite sein, warum dann aufs Album mit drauf, so. Und dann kommt nämlich der eine Punkt, mit dem ich übelst gut hätte leben können und im Song sicher zwei Punkte von zehn mehr gegeben hätte, wenn ich den irgendwie drauf münzen könnte, dass das quasi die Nachgeschichte zu einmal ein Bier ist, ja, dass er irgendwie sagt, so jetzt Verabschiedung von Bier, aber, also, wenn man einen Text liest, das kann man da eigentlich gar nicht rauslesen. Nein. Selbst wenn man es rauslesen will. Es ist halt irgendein random Trennungssong, der aber auch irgendwie dem ganzen Thema nichts Neues hinzufügt. Ja. Es ist einfach nur dumm. Also, vielleicht zeichnet sich hier schon eine Tendenz ab, was das Ranking angeht, aber... Ich muss noch kurz gucken. Ja, die zeichnet sich wohl ab. Ich weiß gar nicht, ob man das Bohren gerade im Hintergrund hört. Klaus bohrt gerade gegenüber, aber das wird nicht lange dauern. Sag dir mal, der soll das nicht. Ja. Hat er mit einer Bohrmaschine in die Wand? Ja. Ah, okay. Ach so. Witzig. Ich kann mich ja auch immer muten, wenn Herr Rodes spricht und dann hört man das noch weniger. Aber ja, die Leute wollen das doch. Ich meine, die gucken ja nicht ein paar Dummcasts, um irgendwie guten Scheiß zu haben. Richtig. Sind wir mit danach durch? Wir sind leider durch damit. Da gibt es echt nichts zu sagen. Es gibt auch im Text nichts weiter, was irgendwie toll ist oder sonst was. Lass uns den Elefanten im Raum ansprechen. Ja, du hast ihn jetzt auch schon irgendwie dreimal Demokratie genannt, den Song. Ich bleibe auch dabei, weil alles andere einfach nur lange dauert. Richtig, richtig. Ich verstehe den Gag irgendwie so. Haha, nur für diesen Titel haben wir alle anderen einwörtig gemacht. Aber ich würde mir fast wünschen, dass das eine Single wird, auch wenn das also innerhalb der Band ein kontroverser Song ist. Aber also, das ist doch scheiße. Warum heißt der so, man? Ja, jetzt habe ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Downtime um den Text zu googeln. Okay. Also, man hätte die ja immerhin nennen können, irgendwie Rod hasst den. Was weiß ich. Irgendwas, was noch ein bisschen kranker ist. Rod hates you. Ja, Rod hates you. Rod hates you, Komma Song. Ja. So. Selbst in Band intern auch gern als der Erklärbär-Song betitelt. Ja, finde ich auch nicht schlicht. Ich finde ihn niedlich. Ja, auf jeden Fall. Wäre auch besser. Erklärbär-Song. Das wäre uns gut. Ja. Ja, Elefant im Raum. Weiß gar nicht, warum so sehr, außer der Titel. Nee, ich finde tatsächlich, dass der für Ärzteverhältnisse deutlich zu obvious ist. Okay, also das stört dich auch richtig. Und die sich somit halt ein bisschen hintergehen, weil, also, was heißt stören? Ich kann den Punkt einfach verstehen. Ich verstehe natürlich auch den Punkt, dass die sagen, das sind wir nicht, das sind nicht die Ärzte und deshalb machen wir es. So, klar, das war es auch schon immer gewissermaßen und so kann man es halt auch drehen, aber, also zum Beispiel hier, die Ärzte, die Ärzte, die Punkband, beschwert sich über Leute, die immer nur auf das Scheißsystem meckern und meinen es halt auch noch ernst. Ja, true, true. Also, ich mag diesen Song tatsächlich sehr, auch wenn ich das sehe und ich hätte mir auch, wie du, ähnlich gewünscht, dass es mehr so bleibt wie am Anfang, weil ich finde, am Anfang ist das noch so ein bisschen schwammig. Mächtigste Idee der Galaxie und so. Ja, aber dann geboren in Griechenland. Also, welche Idee ist in Griechenland geboren? Ja, kleine Jungs ficken. Wo machen die das? Da hatten die Lust knappen, die ganzen Philosophen, ja. Ja, mächtige Idee. Ja, aber weißt du, was ich meine? So, wenn man es ein bisschen schwammig lässt, irgendwie, und ich finde auch, es ist natürlich obvious so und auf, in your face, aber dein Kreuz gegen Hakenkreuze ist schon auch nicht schlecht, aber irgendwie, wie wär's mit Wählen gehen, das stimmt schon, ja. wie wär's mit Wählen gehen hat mich am meisten gemerkt. Ja, das ist alles richtig. Aber, also, ich finde den Song halt musikalisch richtig geil. Genau, und der hat ja dieses eine, diese eine Stelle mit Go, Go, und das ist halt, macht ihn halt zu einem übelst guten Live-Song. Ja, deswegen, also der hätte, ich glaube, wenn der, wenn der ein bisschen subtiler gewesen wäre, hätte der schon so ein Schrei nach Liebe 2 werden können. So, mächtigste Idee der Galaxie und so, weißt du, wenn man diesen, selbst Millionen gibt, die Hoffnung, Diktatoren fürchten sie, das ist auch, man checkt das auch, aber es ist halt nicht ganz so. Weißt du? zumindest wird ja am Anfang das Wort Demokratie nicht in den Mund genommen, später dann halt aber schon, ne? Ja, tot. Hätten sie das zum Beispiel weggelassen und dann vielleicht ein bisschen weniger in your face oder hätte man da sicherlich besser reden können. Auch wenn ich die Diskrepanz sehe von deinem immer meckern aufs blöde Scheiß-System, muss ich sagen, dass die Zeile im Song halt richtig gut reinknechtet, also, die, die, die ist sehr gut delivered. Naja, klar, also man sagt da, sagt natürlich, also Scheiß ist ja immer ein schönes Wort, das reinknallt, ne? Ja. Du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem, solche, solche Gegenüberstellungen sind halt auch immer geil, ne? Ja, was dann wieder nicht geil ist, ist ja nicht so unsportlich. Ja, ja, ja. Terrorismus. Auch, auch eine Sache, Halsmaul, auch, auch eine Sache, die wir noch gar nicht thematisiert hatten, dass auf diesem Album und auch ein bisschen auf hell so oft wie noch nie in der Vergangenheit es tatsächlich vorkommt, dass halt Lich, also unsportlich wird hier auf nicht gereimt und, äh, das ist früher auf jeden Fall weniger gewesen. Es wird auf dich gereimt? Ne, hier, sei nicht so unsportlich, so funktioniert das nicht. Ach, das kommt später nochmal. Aber es sind, es sind ein paar andere. Ach, da unten. Es, es ist nicht nur das und hier, das ist auf jeden Fall für mich tatsächlich eine der schlimmsten Zeilen im ganzen Album und das, das ist schwierig, denn das ist für mich par excellence am zeigen, dass die nicht mehr die jüngsten sind. Freiheit ist, Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web. Das ist ganz finsterer Boomer-Sprech, finde ich. Ja, keine Multimedia-App. Ja. Das habe ich auch, das habe ich auch ein bisschen zerdacht, diesen Satz, weil der irgendwie auch nicht besonders viel Sinn ergibt. Naja, also wenn du dir aus dem Play Store was runterlädst, ist das ja auch das World Wide Web so ein bisschen. Klar, aber ja, aber ich verstehe, es ist genauso dieses, was bei diesem Siri-Song so ein bisschen. Da finde ich es ein bisschen weniger schlimm. Hier ist es halt nicht nur, ah, hier, guck mal, ich kenne auch Technik, sondern der suggeriert so ein bisschen dieses, ja, ihr seid jung und ihr kennt das nicht. so, weißt du, ihr kennt euch ja nur mit diesem Internet aus, ihr wisst gar nicht mehr, was Demokratie ist oder, ne, dieses, ihr guckt ja nur aufs Handy. Kritikpunkt, weil, ähm, wer, dem man Demokratie erklären muss, kauft sich dieses Album. Jüngere Leute, I doubt it, Trottel, I doubt it. Mhm. Das war ja auch eine Kritik, die ich in irgendeinem Video gesehen habe. Also an wen richtet denn sich das jetzt? Die Leute sagen, ja, stimmt, hast du recht bei dem Song? Ja, stimmt, Demokratie ist voll wichtig, wusste ich schon, aber wer das nicht weiß, der kriegt das jetzt gesagt, aber die Leute, die das nicht wissen, die hören halt das wahrscheinlich auch nicht. Vermutlich nicht, aber trotzdem, es gibt ja wahrscheinlich viele clevere Leute, die trotzdem entweder zu faul oder zu bequem sind zu wählen. Ich meine, wir haben jetzt auch nur ein paarundsiebzig Prozent Wahlbeteiligung gehabt. Hey, das geht. Wenn's, wenn's zwei Leute zum Wählen gehen animiert, weißt du, ist es ja auch gut. Und die, wenn er beide auf die. Ja. Toll, richtig gut. Ja. Und, ja? Nee, ich wollte nur sagen, das klingt jetzt alles wieder sehr negativ, aber ich will nochmal betonen, dass ich das eigentlich ganz geil finde. Das, das, das werden wir auch gleich sehen. Ähm, sicherlich im Ranking, dass das, äh, nicht, dass das kein Scheißsong ist. Das ist, das ist ein kontroverser Song, den kann man kritisieren, wenn man Bock drauf hat, aber wenn man den hört, ist es geil. Ja, true. Ich seh auch gerade, das ist nicht mal ein Reim, also nur ein Binnenreim, App auf Web, aber das reimt sich ja sonst nicht. Also man hätte ihn auch einfach weglassen können. Ich hoffe, dass du nicht vergisst, Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web. Man hätte natürlich halt einen Zweienbruch machen können, dann wäre es wieder kein Binnenrein mehr. Ja, keine Ahnung, ich hoffe, dass du nicht vergisst, dass du nicht unwesentlich bist. Was weiß ich, irgendwas, nur diese Scheißfreiheit raus. Okay, schreib den Song nochmal ordentlich. Ja. Ey, ohne Spaß, im letzten Podcast zu hell habe ich ja irgendwas gesagt, hier, Woodburger. Du hast da einiges gesagt. Ja, genau, Woodburger. Und jedes Mal, wenn ich den Song höre, denke ich jetzt daran, es ist so viel besser irgendwie. Als, als Gitarrist kann man nicht nur über Arschlöcher singen, man müsste auch, man muss auch manchmal in welche eindringen oder ich weiß nicht genau, wie es formuliert hat, aber weiß, was ich meine. Und es ist so viel besser, Alter. Alleine, weil er auch da Opfer bringen sagt, gab es da ja so ein bisschen, ne, oh, ist er jetzt homophob, dieses Gelaber. Ja, klar, also, ich meine, hallo, der hat mal seine Schwester gefickt in einem Song, warum ist denn das kein Problem? Weil bei sowas macht man dann Fass auf. Ja. Naja, gut. Und eine kleine Sache, über die ich mich noch ein bisschen gefreut habe, ist einfach nur, Junge, hast du nichts gelernt. Das ist das nochmal so, so ein bisschen so. True, ja, da war auch noch eine andere Referenz drin, die weiß ich gerade gar nicht. Echt? Ja, warte, oder also, weiß nicht, ob absichtlich, aber ziemlich sicher sogar auch, oh fuck, jetzt habe ich den falschen Text hier noch offen. Nee, gut, dann kann sich der Podcast-Hörer jetzt einen Saft holen, bis wir diese Zeit gefunden haben. Nee, ich kann auf jeden Fall schon sagen, dass ich mir den Titel vom Song besser hinleite, weil Demokratie, weißt du? Ja, ja, klar. Das haben wir noch nicht erwähnt, das finde ich halt geil. Genau, dass die Ärzte ja die Songs auf das Album gewählt haben, mit so drei Punkten, und Rod hat halt einen halben gegeben, weil er den eigentlich scheiße fand, aus genannten Gründen. Ja. Und er ist halt dennoch aus demokratischen Gründen dann aufs Album, oder auch leider gerade deshalb, das hat er selbst sehr bedauert, dass dieser halbe Punkt dann auch noch Schuld war, dass es aufs Album geschafft hat. Na, und vor allem ist es dann auch wieder eine Message in der Message, so, okay, demokratisch wurde halt CDU gewählt und wir sind trotzdem sehr unzufrieden, weißt du, dieses Ding. Äh, was? Demokratisch? Was meinst du? Wenn irgendwie 70% Deutschlands CDU wählen, dann sagen wir beide halt nicht Yippie, aber wir sagen trotzdem, Demokratie ist gut, weißt du? Ja, es ist ja auch nicht, es ist ja längst nicht perfekt. Ja. Aber das Beste, was wir haben. Hoppala. Was ist denn das beste System? Eine KI, die, ähm, das Leid jedes einzelnen Menschen minimiert und daraus ein System bastelt. Also da sagen viele Philosophen eigentlich, dass jedes Menschen, jedes Problem des Menschen, Menschen gemacht ist, also ist eigentlich wirklich die logische KI-Schlussfolgerung, Menschen umbringen und Probleme gelöst. Ja, man kann ja auch, aber ja, man kann ja eine KI limitieren, man kann ja sagen, okay, alle Lösungen außer diese ist okay. Ja. Das geht ja. Ja, ansonsten wäre es schon erstrebenswert, wenn man, ähm, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber wenn man eine Bildungselite irgendwie an der Spitze hat, wäre vielleicht eine Variante, aber dass die dann irgendwie lupenrein agieren, ist dann natürlich auch nicht gegeben. Ja, Bildung und Klugheit und Intelligenz und so, das sind ja alles irgendwie verschiedene Sachen. Ja, aber, weißt du, also wenn, wenn jemand an der Spitze wäre, der irgendwie zwölf Jahre, also ich glaube nicht, dass Baerbock irgendwie richtig krass, was hatten die gemacht, kenne ich mich nicht aus, im Buch steht es ja eh falsch drin. Ja. Aber wenn die, wenn die zwölf Jahre lang irgendwie genau studiert hätte, wie man irgendwie ökologisch alles macht, weißt du, ist das vielleicht ein bisschen besser an der Spitze von einer grünen Partei, als irgendjemand, der halt einfach nur zwanzig Jahre Politik gemacht hat. Who knows? Ja, ich, ich verstehe das, ich verstehe den Punkt, ne, aber das schließt sich ja mit der Demokratie nicht aus. Ja. Nur weil man sich ja aktuell irgendwie hochschlafen muss und sehr, sehr viel Zeit in Gelaber stecken muss und viele Politiker halt eigentlich das, was sie machen, nicht wirklich gemacht haben. Ja, es wäre ja dann zum Beispiel eine Variante, dass man einen akademischen Grad haben muss oder halt eine gewisse Ausbildung machen muss zum Politiker und von diesen Ausgebildeten wird dann gewählt. So zum Beispiel. Okay. Ja, das geht dann wieder, ist dann wieder nicht demokratisch, weil es ja dann nicht nur wählen, sondern auch diese Ausbildung und wer entscheidet eigentlich, wer alles diese Ausbildung macht und so. Ich sage dir nicht, dass es besser ist. Das war jetzt nur eine Theorie von einem. Ja, okay. Dann sage ich jetzt auch was, was nicht besser ist. Allt totschießen. Okay. Gut. Was geht man in der Woche? Fünf. Ja, also, Ranking würde ich sagen. Mach mal Ranking. Ich finde übrigens, noch kurz erwähnt, Dolby und Auserzählt sind gute B-Seiten, gute Songs. Ja. Dolby hätte auch sehr gerne auf dem Album sein können. Bitte verpiss dich da nach und steck da Dolby rein. Im Übrigen Dobli. Ja, wirklich Dobli? Ich glaube schon. Ich habe noch gedacht, hä, der Moderator, der spricht das falsch aus. Aber okay, dann ist es von mir aus Dobli. oder nicht, dass das jetzt so ein Mandela-Effekt ist. Ja, ja. Es ist wirklich Dobli, Alter. Puh. Jetzt hatte ich aber Angst, Gott. Irgendwie macht Dolby für mich mehr Sinn, aber okay. Er soll es ja auch. Dumm. Dummli ist das, richtig Dummli. Jetzt natürlich die Frage, ranken wir abwechselnd von oben nach unten oder wie auch immer? Von unten würde ich sagen, ja. Das Schlechteste zuerst? Ja. Da sind wir uns vielleicht einig. Danach. Ohne Frage. Danach ist das Schlechteste? Ja. Alright. Machst du erstmal die ganze Liste oder mach ich abwechselnd? Danach. Punkt. Also ich stimme dir nicht zu. Okay. Ich weiß, was bei dir unten ist. Also? Kerngeschäft ist bei dir ganz. So war nicht schwer. Nächstes? Ja, gut. Dann haben wir bei mir auf Platz 18 Menschen. Ja, da habe ich auch Menschen. Schön. So und jetzt kommen wir nämlich in den Punkt, da kann ich dann sogar sagen, jetzt kommen wir in den Bereich 6 von 10. Hä? Echt? Ich, was meinst du? Hä? Echt? Was, was, was überrascht dich jetzt so hart? Na, das Kerngeschäft A noch nicht kam und B nicht 6 von 10. Kerngeschäft ist jetzt exakt der nächste Song. Aber das ist doch keine 6 von 10. Ist für mich noch eine 6 von 10. Vielleicht eine wackelige, aber ich finde ihn auf jeden Fall, also ich. Du rankst wieder alles viel zu gut. Ja, es ist ja so ein emotionales Ranking. Das mache ich mit David. Okay. Es ist eine 6 minus von 10, okay? Eine 6 minus, ja, das ist natürlich was anderes. Gut. Alles klar, was sind deine 17? aber. Aber das kommt danach dann. Das sagst du danach, also soll ich die 3 sagen, die 6 von 10 haben bei mir hier, oder was? Äh, ja, genau das habe ich gesagt. Ach du, ach danach, der Song danach. Du bist so dumm. Okay, mein nächster Song ist Schweigen. Schweigen ist bei mir deutlich höher gerankt. Also bei mir kommt da erstmal besser. Besser ist dann mein wiederum nächster Song, der ist auf der 15. 10. Gut. Also eigentlich in meine ursprünglichen Letzte käme jetzt Anti, dann Dunkel und dann Anti. Aber ich habe beide Antis mal rausgeschmissen, also kommt dann nur Dunkel. Da kommt Dunkel, doch recht weit unten. Dunkel fand ich nicht gut, nee, nee. Also wir sind jetzt bei Platz 14 und da beginnen meine 7 von 10en, beziehungsweise auch 7 minus, was auch immer. Ist ja eh emotional, den kann ich noch ändern. Da habe ich Anti tatsächlich. Okay, das kommt bei mir viel höher. Bei mir kommt jetzt auch eine, den ich nicht mehr komplett scheiße finde. Nämlich doof. Okay. Nee. Ach so, warte. Du bist gerade bei doof, wobei mir Anti ist, ne? Ja. Ich hoffe, wir kommen nicht durcheinander, weil ich habe die bei mir nicht nummeriert. Okay. 13. Einschlag. Carnickelfickmusik. Einschlag finde ich musikalisch besser als den nächsten Song, aber Text und so. Der nächste Song ist bei mir Anastasia. Okay, lass ich mir etwas hören. Bei mir kommt der erst mal Einschlag, aber den rettet wirklich seine Musik. Ja, auf jeden. Deshalb kommt der bei mir so hoch. Aber bis jetzt sind wir doch relativ nah beieinander mit allem. Doof kommt nämlich jetzt bei mir auf Platz 11. Genau, auf 11 liegt bei mir der Nachmittag, wegen Humor. Witzig. Da ist nämlich Nachmittag auf der 10 bei mir zu finden. Da kommt bei mir erst mal die Anastasia, wegen Humor. Wir sind doch trotzdem gut dabei hier. Relativ ähnlich. Und mein letzter 7 von 10er ist Carnickelfickmusik. Okay, dann können wir bei mir Anti. Der ist bei mir deutlich höher gerankt. Ja, aber ist trotzdem im 7 von 10er Ding. Weiß ich nicht, ob das der 7 von 10er ist bei mir, aber der wäre dann dort. Ja, okay. Weiß nicht, ich kann ja dazu schreiben, wie es bei mir aussieht dann von 10er. Überhaupt hier keine Gedanken gemacht. Ich glaube, Carnickelfickmusik wäre auch nochmal um einiges höher, wenn der einfach ein vollwertiger Song wäre und nicht nur dieses Intro Ding. Okay. So, auf der 8 und vielleicht verwundert dich das etwas, kommt bereits Schrei. Das ist mein erster 8 von 10 Songs. Okay, bei mir kommt er und das wirst du, da wirst du mir richtig heftig reingrätschen, Tristesse. Ja, da werde ich jetzt hier richtig fest Faust und Gretchen. Äh, nee, ist okay, akzeptiere ich. Denn hier kommt ein Song, den du magst, auf meiner 7, Wissen. Okay, der ist bei mir höher, bei mir kommt da Our Bass Player Hates Das Song. Mhm, okay, auf der 7. Dann, auf der 6 habe ich Dunkel. Ich mag den. Okay, da hab ich wiederum Schweigen. Okay. Ja, jetzt, wenn ich ihn so auf auf. Weil ich finde, der Text hat tatsächlich ein bisschen mehr Fofo als die anderen Sachen und ich finde die musikalisch auch schön hörbar. Ja, also wenn ich gerade drüber nachdenke, könnte ich Schweigen doch nochmal zumindest überbesser platzieren. Also von 16 auf die 15 hoch. Egal, meine 5 ist erhaben. Okay. Da kommen jetzt aber schon Sachen, die nicht nur nicht schlecht sind, sondern auch gut, ne? Ja, ja, also das ist so 8, 8 plus. Bei der 5 ist bei mir ein, äh, puh, ein starker Song, sag ich mal. Mhm. Verleiht er dir Kraft, oder? Mit einer, mit einer guten Bridge und es ist Kraft. Ja, Kraft ist bei mir auf der 4. Eins höher. Ist ein guter Song, aber ist mein letzter 8 von 10er. Okay, du sagst auf der 4 ist Kraft, da kommt bei mir Neuss. Alter, das ist echt hart. Also Neuss ist auf der 3 bei mir und ist mein erster 9 von 10 Song. Da kommen bei mir Sachen, die du, glaube ich, schon gerankt hast, die bei dir schlechter gerankt sind, nämlich Wissen. Ich will nicht wissen, ob du dich gerade einsam fühlst. Wir sollten eigentlich die Songs nochmal so ansingen, wie in so einem, wie in so diese, die 10 besten, gemals. Dann sing ich jetzt mal den zweiten Platz an. Okay. Our best player hates the song. Der ist bei dir auf der 2. Der ist auf der 2, ja, weil der musikalisch so rein scheppert. Musikalisch ist das easy eine 10 von 10 für mich. Text dann halt eher so, hm. Also der Text ist nicht schlecht, aber ja. Und daraus ergibt sich dann trotzdem, dass ich ihn echt feiere. Bei mir ist das Wegen so einem Event müssen wir nicht die Politik ändern. Moment, warst du jetzt mich gerade verwirrt? Ja, Ben. Ach so, ach so, ach ja, klar. Ja. Das ist natürlich die Frage, Robin, was ist bei dir auf der 1? Auf der 1 ist tatsächlich Tristesse, du hast es fast geahnt. Tristesse. Und das fühlt sich ja fast an, als wäre das die größte Diskrepanz zwischen uns beiden, dieser Song. Das ist ja fies. Ich weiß halt, dass das für manche Leute ein richtig geiler Song ist, aber es ist nicht für mich persönlich ein geiler Song. Und das kann ich übelst gut einsehen und ich widerspreche auch keinem, der sagt, dass der übelst geil ist. Okay. So, was ist bei mir auf der 1? Neues wahrscheinlich, oder? Ne, ne, warte, Neues hatst du schon. Ich weiß es, Schrei, Alter. Ist es Schrei? Er wird sich seine Kammer bewaffnet mit seinem Presslufthammer. Ja, nice. Spongeboss, es ist Mimi. Sehr geil, also das hätte ich nicht gedacht. Weil ich mich, aber ich weiß nicht, ich habe so überlegt und es ist der Song, wenn der kommt, dann freue ich mich am meisten, dass er kommt. Eyo, Eyo, nee, Oreo, Oreo. Oreo, Kekse. Ja, ja, geil. Ich glaube, wir haben sogar, Tristesse und Schrei sind bei uns, ganz exakt ausgetauscht. Der ist bei mir auf der Acht. Können wir gleich mal gegeneinander halten. Ich muss im Übrigen dazu sagen, dass in meinem Hellranking sich noch was getan hat. Da hatte ich ja alle auf Brille auf die Eins gesetzt. Ist der schlecht gealtert? Nee, und der drunter, der Clown aus Demas Piez. Nicht, dass Brille schlecht gealtert ist, aber dieser Clown, der ist wahrscheinlich gereift, der ist gegart wie ein Wein. Fand ich neulich beim Skaten auch nochmal richtig geil, den Song, muss ich sagen. Richtig nochmal geil, oder? Richtig nochmal geil. Deshalb will ich nur sagen, vielleicht wird sich das in den kommenden Monaten bei mir auch noch ändern, dass ich da sage, okay, Schrei, das fand ich einen Monat lang übelst geil, aber dieses Neues, das hat ja immer noch richtig Fofo und dann kann sich das noch ändern. Mhm. Ne? Ne? Ja, ich gucke gerade, Clown aus Demherz Piez war so eine Acht von Zehn bei mir beim Ranking. Würde ich auch immer noch mitgehen, aber vielleicht ist, es ist ja kein schlechter Song, eine Acht von Zehn. Guck mal. Okay, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal evaluieren. Thor hat hier eine Fünf von Zehn. Aber ich glaube, ich finde Kerngeschäft tatsächlich ein Stück besser als Thor, wenn ich das so gegenhalte. Thor geht mir echt ein bisschen auf den Sack. Gut, schwer vergleichbar müsste ich drüber nachdenken. Was ich sagen will, gut, du rankst es ja, Ja, okay, du rankst es ja anders, aber hier ist halt auch wieder kein Zehn von Zehn Song drauf. Ist da kein Zehn von Zehn, ja doch, das stimmt, denselben Gedanken hatte ich kürzlich. Ja. Wenn ich mich da so recht dran erinnere, da muss ich nicht nochmal drüber nachdenken. Ne, ist es nicht. Für mich ist halt nach wie vor der beste Song aus all diesen neuen Veröffentlichungen Abschied. Der, der als allererstes veröffentlicht wurde. Das ist, das ist natürlich, da kann man drüber nachdenken. Gut, das greift ja auch dieses, dieses, der Mensch sollte eigentlich tot sein und so auf, kann man kritisieren, wie man will, aber alle für sich schon stark, ja. Ich finde das, das ist ja auch so, ich will es nicht Twist nennen, aber ne, dieser Ansatz finde ich schon geil. Ich mag das auch, dass er anfängt bei Anthropozän zurückzuzählen und bei Null fängt an, so ein Dinosaurier zu schreien und das passt halt perfekt rein. Warum könntest du dich nicht bei jedem Song so eine geile Idee haben? Ja, auf jeden. Aber das ist für mich auf jeden Fall so ein Zehner Song. Das ist, ist ein fairer Gedanke. Gut. Jetzt kann man natürlich gucken, ob Rückkehr da was ähnliches gemacht hat, aber dann müsste ich den nochmal direkt hören, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Den finde ich musikalisch nicht ganz so, aber der ist auch ein geiler Song. Müsste man sich mal wieder Zeit für den, aber die besprechen wir ja gerade nicht, Robin, du kannst dir nicht kommen mit Und jedes Mal, jedes, und Alter, ohne Spaß, das ist fünfte oder seiste Mal, jedes Mal, wenn ich an Rückkehr denke, kommt mir immer nur Zeitverschwendung in den Kopf und dann dieses Du kannst doch nicht dein Leben lang und das geht mir so auf den Sack, Alter. Das ist so schlimm, Alter. Der jodelt. Ja. Okay. Ja, du hast jetzt hier noch die Idee gehabt von einem Dunkelhell. Was würdest du denn austauschen? Ja, das ist für nicht die Idee. Ich hatte die auch. Ich habe das auch mal ganz grob gemacht, aber ja. Ich dachte, du hast im letzten Brennpunkt gesagt, dass du schon dunkel fertig hast. Habe ich auch, weil ich nicht so viel austauschen muss. Ich würde halt bei Hell fünf Songs austauschen, fertig. Okay, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Also ich habe auch mir Hell zur Hand genommen und geguckt, was packe ich rein. Ja. Und zwar ist mir dabei ehrlicherweise aufgefallen, dass auch Hell tatsächlich mehr Songs hat, die ich irgendwie, wo ich mich nicht so drauf freue, wenn die kommen. Okay. Als ich in Erinnerung hatte. Also habe ich doch recht viel ausgetauscht, um es so ein bisschen besser zu machen. Ich habe ja, pardon, nochmal kurz husken. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, dass in Hell dieses live es fällt der Vorhang runter das Lied fehlt. Lied fehlt. Ja, ja, ja. In aller Folge darauf habe ich natürlich EJF FM oder so durch KFM ersetzt. Ich auch. Sehr gut. Und ich habe mir dieses Album erstellt auf einer Streaming-Plattform und es einmal durchgehört und es passt ja wahnsinnig gut vor Plan B. Okay, das habe ich nicht gemacht, aber habe ich genauso weitergelassen, ja. Jetzt müsste ich natürlich Hell einmal aufmachen, um zu wissen, was der dritte Song war, der nicht da ist. Ich habe den dritten Song von Hell auch aufgetauscht. Der dritte Song ist Achtung Bielefeld, den ich mittlerweile ein bisschen besser finde, weil ich mehr auf die Musik achte, aber trotzdem irgendwie immer noch nicht geil. Genau. Also es muss echt keine Single sein. Also ich finde bei Nicht-Wissen so wie Achtung Bielefeld, dass die nicht am Anfang eines Albums gehören, dass da so die Sachen drauf gehören, also was heißt gehört oder dass man eher daran gewohnt ist, dass da so die mit dem Single-Potenzial drauf sind. Folglich ist da bei mir Neues. Das ist bei mir auch so. Okay. Allerdings ist mir da auch eine gewisse Diskrepanz aufgefallen zwischen Plan B und Neues. Also, weißt du, es wird Zeit für etwas Neues und vorher sagt er, ich habe keinen anderen Plan, ich mache das halt, aber egal. Ja, gut, die gehen in verschiedene Richtungen, das ist natürlich richtig. Egal. Was ist denn der vierte Song auf Hell? Den hast du wahrscheinlich ersetzt, ich nicht, weil ich den musikalisch so geil finde. Wie ist denn das? Ach so, warum spricht niemand über Gitarristen? Den habe ich ersetzt. Nicht, weil der schlecht ist, sondern, weil mir ein anderer besser gefallen hat und weil wir ein Album brauchen, auf dem zwei Rot-Songs drauf sind. Oh ja. Deshalb habe ich da Schrei reingepackt. Okay. Würde ich auch zur Not mitgehen. Weil sonst geht es auch ein bisschen zu viel um Gitarristen. Aber ja, lass nicht ganz so ausgedehnt. Ist okay. Okay, wir haben ja Zeit, also ich kann jetzt bis 20 Uhr. Morgens Pauken wäre der nächste Song, den habe ich da auch noch stehen. Ich habe die nächsten sechs Songs of Hell gelassen. Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich einfach, also das ist glaube ich auch der beste Part einfach in dem Album, der gut aufeinander aufbaut, nur halt zwischen Ich am Strand und True Romance. Das Ende vom ersten Song hört sich zu sehr wie der Anfang vom zweiten an. Aber egal. Aber das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, eine Sache, die ich an Hell auch kritisiere. Letzte Lied des Sommers, übelster Hit, Klaus dem Hospiz, auch übelst dunkler Text eigentlich. Warum ist die überhaupt das Hell? Ich am Strand eigentlich auch übelst dunkler Text mit so einem krassen Twist. All das und dann später noch einmal ein Bier mit einem Aufhänger, der irgendwie echt seltsam, aber trotzdem witzig ist. Das alles hat auf dunkel, nichts derartiges, nichts derartig cooles hat man dort gefunden. True. Ja, dann würde kommen, wer verliert, hat schon verloren. Den habe ich hier gerade noch nicht ersetzt, weil der so ein bisschen gewachsen ist an mir. Allerdings wäre ich auch bereit, den zu ersetzen. Ich sage mal so, ich habe den irgendwie nicht so richtig verstanden. Ja, was hast du denn da jetzt bei dir? Vielleicht gehe ich ja mit. Ja, würde ich mitgehen. Finde ich den besseren Song. Hast keinen Bock mehr, dann willst du fertig werden. Ich merke das schon. Nee, 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 nee. Hast keinen Bock auf ellenlange Diskussionen. Nein, alles gut. Polyester bleibt aber auf jeden Fall, oder? Na, aber selbstverständlich. Ja. So, und der nächste Song, auf den will ich hinaus, der muss auf jeden Fall raus. Also, je öfter ich den höre, desto klarer wird mir das. Nee, es ist nicht Thor. Das ist Fexo Sigol. Ah, ja. Ich möchte wetten, das steht für gar nichts. Einfach nur damit man halt, haha, Verschwörung da irgendwie, was könnte es heißen? Und das heißt natürlich nichts. Und da habe ich bei mir Bestplayer, also Demokratie. Alles klar. Den habe ich woanders aus Gründen. Ich habe da erst mal einfach Schweigen reingepackt, weil ich einen Bela-Song, der da sehr gut platziert ist, als solcher austauschen wollte durch einen besseren. Okay. Verstehe ich. Ich glaube aber, dass nach Polyester der Demokratie-Song richtig reinknallen würde. Egal. Nächster Song wäre Liebe gegen rechts. Kannst du wahrscheinlich ersetzt haben, weil der hat dir auch nichts gegeben. Ich habe den aber noch. Ja, der ist ja fast wie doof bleibt doof, nur halt umgedreht. Mhm. Hast du den noch? Nee, der habe ich rausgeschmissen, da habe ich deinen Tristesse reingeballert. Okay, Tristesse habe ich dann bei Thor reingehauen, aber gehe ich auch mit. Alle auf Brille hast du garantiert, genau wie ich noch da. selbstverständlich. Und dann würde Thor kommen. Was wäre das bei dir? Kraft. Habe ich nicht verstanden, wenn da was war gerade. Kraft! Ach, Kraft. Ja, würde ich mitgehen. Also, Hauptsache Tristesse ist drin. Dann wird es erst mal ein bisschen ruhiger, da kommt Leben vor dem Tod. Das ist ein Song, der ist okay, der gibt mir nicht so viel, aber ich verstehe den Punkt. Und ich finde ihn nach wie vor richtig gut. Und dann, den letzten Song habe ich auch noch, gerade weil ich das Outro auch richtig geil finde, so für Albumende, aber du hast den wahrscheinlich sogar ersetzt. Nee, Wutbürger habe ich rausgehagelt und einfach da die Demokratie reingepackt, weil ich das tatsächlich, die Idee, dass das ein abschließender Song ist, die finde ich sehr, sehr gut. Okay. Und die will ich beibehalten in meinem Dunkel. Nice. Ja, auch da sind wir uns relativ einig, ist doch schön. Ja, gut, dann, schön, du kannst jetzt weitermachen mit deinem Tagesgeschehen, ich merke schon, du willst mich loswerden. Nein, gar nicht. Habe ich das jetzt schon gesagt, was ich dir vorhin geschrieben habe, oder habe ich das nur gedacht? Das weiß ich nicht. Von wegen Einschlag. Das hast du nicht gesagt, das hast du nur geschrieben. Sag das ruhig nochmal. Wo könnte man es besser platzieren als hier? Ja. Ich habe nämlich noch, ich habe nämlich vorhin unter der Dusche noch mal überlegt, wie das mit Einschlag ist und was mich daran so aufregt. Ja. Und ich habe ja schon gesagt, man könnte das ja auf verschiedene Weisen, könnte man den Song spannender machen, dem irgendwie ein Statement geben, das es nicht schon gibt. von wegen, am Ende kommt raus, sie ist tot, am Ende kommt raus, er was da 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 da. Aber was wäre denn cooler, wenn man den Song so dreht, dass man halt wirklich, dass der Zuhörer nachdenkt und er zum Beispiel einfach aus Sicht des Nachbars, aus Sicht des Nachbars, Nachbares, Nachbarn, Nachbarn, singt, der mitbekommt, dass es immer holpert und sie irgendwie heult. Es gibt immer Rumpumpel. Es gibt immer Rumpumpel. Und du merkst einfach, dass er schreit und sie heult und es rumpelt und irgendwann eines Tages kommt er nach Hause und sieht halt, wie irgendwie ein Leichensack rausgetragen wird und der Mann wird festgenommen oder so. Selbe Thematik, viel geiler verpackt. So hätte ich mir den Song gewünscht. Ja, da muss ich dir auch mal ein, was das Gegenteil von Tade, aber nicht Lob. Einen richtig fetten Otto hast du dir da geleistet. Also du hast einen richtigen Riegel. Ich lobe dir jetzt einen fetten Riegel aus, denn ich finde das wirklich sehr gut. Dankeschön. Das hat genug Schichten. Vorhin, als ich dir das geschrieben habe, kam einfach nur Jopp. Joa, ich wollte mir das auch für einen Podcast aufheben. Okay, ich dachte schon, jetzt hatte ich voll eine gute Idee und die finden wieder alles scheiße. Nein, das ist auf jeden Fall sehr viel besser als das, was da präsentiert wird. Ne. Also Bela, ruf an, wenn du mal wieder einen Song hast und dir so der Twiz fehlt. Ruf einfach an. Gut. Ruf nicht Eppo an, ruf mich an. Bitte nie wieder Eppo anrufen. Sag mal, Eppo, das hat so viel Spaß gemacht. Möchtest du unser komplettes Album mit jedem Song mitmachen? Eppo featuring die Ärzte. Dann in unserem nächsten Album Heaven. Mhm. Aber nur, wenn wir das dann Punani Heaven nennen. Ja. Ja, geil. Gutes Resümee. Also im Gesamtbild, wie gesagt, ich find's auf jeden Fall nicht schlecht. Ich find's nicht super überragend. Es hätte auf jeden Fall dem Album nicht geschadet, einfach zusammen als Doppelalbum veröffentlicht zu werden, damit nicht diese Erwartung so hoch ist. Das ist einfach, das ist quasi ein DLC, das ist First Day Patch, nur halt ein Jahr später. Das ist eigentlich ein Doppelalbum, nur der restliche Content wurde nachgeliefert. Ist so. Also mit diesem Gefühl kann ich damit halt auch richtig gut leben. Wenn dieses Album alleine rausgekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich ähnliche Emotionen wie zu Auch. Okay. Das fände ich nicht so gut. Ja. Das wirft natürlich die Frage, ob es bei Geräusch auch eine Seite gibt, die du deutlich weniger magst. Nee. Das wird dann vielleicht in einem etwaigen Triple-Podcast zusammen mit Tino rauskommen, dass ich Geräusch sehr, sehr geil finde. Okay. Und wenn bei Geräusch erst die erste Seite mit Unrockboy und so rausgekommen wäre und dann die zweite Seite mit Einen Tag, wo ich dich vermisse, dann wärst du nicht sauer gewesen. Ich hab das zufällig hier gerade mal gegen geöffnet, so halb. Wetten, die sind eh alle beide auf einer CD. Rotes Geräusch, schwarzes Geräusch und Rockbar ist mit Der Tag auf dem gleichen Album. Ah, fuck it. Na gut. I tried. Ja. Nee, also die haben beide auf jeden Fall Banger-Songs. Da gibt's nur wenige, die ich nicht so gut finde. Ruhig angehen ist hier der Einzige, der eine 5 von 10 hat zum Beispiel. Oh Gott. Nee, Der Tag hat auch 5 von 10. Ich mag reden. Der Tag, an dem ich dich war. Ich weiß halt nicht, was dein scheiß Problem ist, der geht halt überhaupt nicht so. Doch. Ich hab halt schon anderen Leuten davon erzählt, dass du das immer behauptest, aber das stimmt halt einfach nicht. Alle sagen das. Auch wie die Selina singt, Alter, und Kleinstadtküken und Großstadthahn, das ist alles irgendwie komisch. Hä, das passt doch von, ist okay. Wir machen, wir machen, wenn ihr euch das für 20 Euro wünscht, einen Podcast, der sich nur um dieses Lied dreht. Oh ja. Dann mach ich da mal eine PowerPoint-Präsentation, fertig, einen Aufsatz und dann ist das eine runde Sache. Was auch eine runde Sache ist, ist dieser Podcast hier, würde ich sagen. Das haben wir sehr gut gemacht. Wird sich zeigen. Also wenn dann wieder alle sagen, hey, den hab ich gerne gehört in der Badewanne, den hab ich noch lieber gehört als das Album Dunkel in der Badewanne, dann ist doch viel erreicht. Yes. Ist wahrscheinlich jetzt zweieinhalb Stunden lang oder so, aber da muss man halt auch mal ein bisschen rein investieren. Ja doch, ja knapp, 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 knapp. Also vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht kommt noch mehr. Herz aller Liebst, ich bedanke mich auch beim Ideengeber von BLAB, Herodes Armloch, für dieses Vergnügen. Ich bedanke mich beim Lieblingssong Tristesshaber, Robin. Ja. Gut. Und wortverspielten, wortgewandtes Akrobatiker. Alter, auch Geräusche sind halt einfach, da sind fünf Songs drauf, die mit zehn von zehn sind. Und 2004 war ein verdammt gutes Gaming-Jahr. Yes. Sogar Tom sagt das. Ja. Okay, ihr Toms und Tordens, es war schön mit euch, wir hauen jetzt rein. Okay. Gut, dann abonnieren, favoritieren, like da. Tschüss. Ja, 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 tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020